Und dann Moinzen zu diesem vermutlichen zeitlichen Brocken wieder an Video, aber es gibt einiges aufzuholen, aktuell ist nicht so ganz die Zeit da, deswegen hier auch immer wieder halt in dem großen Stil alles auf einmal Podcast, zum Beispiel halt, ich hätte ja aus dem Ding auch gefühlt drei, vier Einzelvideos machen können, aber wir klatschen uns alles rein, weil morgen geht es ja schon weiter, morgen Darmstadt, Freitagabend, da müssen die paar Infos ja auch mal hier raus, so ganz klare Geschichte, wir haben Mitgliederversammlung, die ich jetzt hier am Anfang gleich recht schon abarbeite, weil es ist schon ein bisschen länger her, kleines Transfer-Fazit sag ich mal, wir haben natürlich Mainz, wir haben Darmstadt, wir haben noch allgemeinere Geschichten, so ein paar andere News halt, wir haben VfB-Werte in FIFA, einiges, wir legen los. Oder ich lege los, ihr hört mir zu hoffentlich, mit Mitgliederversammlung, Nummer 1, Mitgliederversammlung beim VfB Stuttgart, die jetzt auch schon einiges her ist, ne, ja, fast zwei Wochen ist die mittlerweile her, da habe ich auch schon drüber gesprochen, über die VfB-MV, so kürze ich das mal ab, weil Mitgliederversammlung immer so ein langes Wort ist, ähm, tatsächlich in Port Cannstatt, äh, da war ich, äh, zu Gast beim guten Philipp Meisel und das auch für die komplette, äh, Folge dort, ähm, meine, ja, ich sag mal, Nicht-Qualität in Sachen Vereinspolitik, äh, so ein bisschen aufblitzen lassen, ähm, aber natürlich auch da wieder, äh, natürlich auch zum Spiel und sowas, weil das habt ihr ja auch, wenn ihr es hört, gemerkt, dass ich da die Einspieler habe zu dem vergangenen Spiel und zum kommenden Spiel mit den Statistiken und so weiter, aber da war ich zum Beispiel, war ich diesmal, sehe ich, die komplette Folge am Start, äh, und kam, glaube ich, auch bei ein oder anderen gar nicht so schlecht an, also bin ich da auch ganz happy drüber, aber auf jeden Fall habe ich da schon drüber gesprochen, ähm, ich habe ja auch ganz wenige Tabs nur rausgesucht, ganz wenige, ja, Twitter-Posts, Webseiten, wie auch immer, rausgesucht, ähm, die Werle, ähm, Rede soll wohl recht stark gewesen sein, ähm, hat, Mishat nochmals, äh, für seine Arbeit gedankt, wenn Mishat hat, ähm, hat auch da, sag mal, offen zugegeben, dass es ein Irrtum gewesen ist, ähm, ähm, Labbadia geholt zu haben, dass es nicht funktioniert hat, ebenfalls stark soll die Rede gewesen sein oder ist die Rede, von Pjarne, von Kommando Cannstatt, äh, die ist auch offen, auch online einzusehen, ähm, auf deren Seite, cc97.de, plus natürlich, wie generell, wisst ihr auch Bescheid, alle Links, alles, was ich hier anspreche, ähm, ist in einen dicken, oder, ja, eigentlich in mehreren dicken, äh, Sammellinks in der Videobeschreibung drin, ganz klar, ähm, der auch, die auch ganz klar sagen, der VfB hat ein bisschen Vorschuss bekommen, Vertrauensvorschuss und so weiter, und der ist dann irgendwann auch so langsam aufgebraucht, und die Jungs sollen sich mal zusammenreißen, zusammenarbeiten, ähm, und eben wieder Boden gut machen, auch bei den Fans und so weiter, ne, wie gesagt, Thema Vertrauensvorschuss, ähm, ein großes Thema, was ich glaube, was wir auch gesprochen hatten in Port Cannstatt, ähm, war Thema Menge an Mitglieder, die da kommen, weil wir haben jetzt, das ist ja auch eine neue Geschichte, oder was da announced wurde, 85.000 Mitglieder haben wir erreicht, also wir, wir steigen da richtig stark, also die Kampagnen funktionieren auf jeden Fall in Sache Mitglieder, ähm, ja, Zuwachs, und da natürlich auch ein paar Leuten aufgefallen, äh, mh, schön, da waren jetzt dann irgendwie 1.000 da, hier, was war es genau, 1.146 stimmberechtigt war es so, mit, mit einem Höchstpunkt an dem, an dem langen Sonntag, ich glaube, 8,5 Stunden waren es dann, ähm, und da ist halt die Frage, warum kommen dann, ja, so wenige von den 85.000, ähm, ähm, bei mir muss ich sagen, war auch nicht da, deswegen alles, was ich jetzt hier sage, quasi, zu dem Thema, äh, ja, habe ich eigentlich auch fast keinen Raum zu sprechen, wie soll ich, ich habe keinen Raum zu sprechen, äh, über Entscheidungen, deswegen werde ich die auch nicht groß bewerten gleich, weil ich ja nicht da war, so wenn ich nicht abgestimmt habe vor Ort, dann habe ich auch kein Recht darauf, danach zu sagen, warum wurde denn so und so abgestimmt, weil ich selber nicht mal dabei war, ne, wisst ihr, was ich meine, ähm, ist aber halt auch kein VfB-eigenes Problem, ne, ja, ich glaube, hier bei Köln, äh, 900, bei Gladbach 1000, ähm, Hamburg haben, glaube auch, ja, genau hier fast 100.000 Mitglieder Hamburg, da waren bei der letzten Mitgliederversammlung, waren 673 Stimmen berechtigt, also nochmal schlimmer, äh, auch im Verhältnis dann, äh, Mitglieder und Leute, die da waren, als beim VfB, ähm, ähm, deswegen, ja, so interessant ist dann eben wahrscheinlich für die meisten halt Vereinspolitik auch echt nicht, und wie ich es auch in Pokantstadt gesagt habe, für mich ist immer das Sportliche drüber, so, wenn es Sportliche läuft, ähm, dann kommen auch so Agendas, sage ich mal, gar nicht unbedingt so hoch wie jetzt das Thema, oder bekommen nicht so eine Riesenaufmerksamkeit, nicht so einen Riesenzuspruch, äh, wie zum Beispiel jetzt einen Klaus Vogt rauszuwählen, so, das ist halt einfach ein bisschen im Hintergrund die Vereinspolitik, weil Sportliche Nummer 1, ähm, ähm, und man merkt es ja auch immer wieder, auch hier Thema Klaus Vogt, ein Thema, äh, Präsidentin, ähm, es dauert nicht lang, verlier mal ein paar Spiele, sieht mal schlecht aus, so ein Abstiegskampf, und auf einmal, dann hast du den Trainer schon verbraucht, okay, dann ist vielleicht auch sogar der Sportdirektor weg, und das nächste Organ ist dann direkt, äh, Präsident raus, Vogt raus, oder keine Ahnung, damals Dietrich raus, wie auch immer, ne, also von dem Ding ist Sportliche beeinflusst sehr, sehr viel, und solange es da gut läuft, von dem Sportlichen wie aktuell ja auch, ähm, gibt es dann auch weniger Unruhe oder weniger Handlungsbedarf, für mich, in irgendwelchen vereinspolitischen Sachen, der Ruf kommt dann eher immer auf, wenn es eben scheiße läuft, weil dann wollen sie immer hier, äh, wie war es, der Fischding vom Kopf an, so Geschichte, dann wollen sie immer ganz nach oben und alle rauswerfen quasi, und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, das hatten wir auch besprochen in Port Cannstatt, und auch vielleicht eine kontroverse Meinung, keine Ahnung, aber das war, glaube ich, zu dem Thema mit, ähm, hier, dass man quasi die, die Länge von, von Präsidentschaften und so weiter, äh, begrenzt, ähm, die Amtslänge begrenzt quasi, das machen wir ja sowieso schon, so, du kannst einen Abwahlantrag stellen gegen Vogt, wie jetzt ja zum Beispiel, ähm, wir haben einen Präsidenten quasi, oder die Fans, wie auch immer, haben den Präsidenten quasi rausbekommen, dann am Ende, ohne Abwahl oder so, sind zurückgetreten mit dem Dietrich, ich glaube, Präsident davor ist auch schon, hat auch schon nicht seine volle Amtszeit gemacht, so, also wir Fans haben sowieso schon quasi automatisch ein gewisses Ende von Amtszeiten, äh, ja, eingebaut, sag ich mal, wenn es eben dann auch sportlich nicht läuft, ne, wie gesagt, deswegen ist das auch für mich kein großes Thema, und Klaus Vogt ist eben nicht, äh, abgewählt, ähm, das sind hier knapp 30 Prozent, die dafür gestimmt haben, und dann eben auch knapp 70 Prozent, die dagegen gestimmt haben, ähm, das heißt, ja, eindeutig, aber natürlich auch für Vogt dann die 30 Prozent nicht, nicht unterzubewerten, äh, die ihn da haben abwählen wollen, äh, wobei man auch da wieder sagen muss, das wurde ja auch in verschiedenste, verschiedenste, äh, Ecken gedreht quasi, ähm, von den 85.000 und sowas haben nur, keine Ahnung, was es dann waren, haben dann nur 700 für Vogt gestimmt, ja, schön kann man auch andersrum drehen, es haben auch nur 300 von den 85.000 gegen Vogt gestimmt, ne, so kann man es ja immer hin und her drehen, ähm, und wie ich ja gerade auch schon angesprochen habe, das Thema der Menge ist eben echt so ein Thema, weil das sind jetzt halt irgendwie ein Prozent, 1,25 Prozent, keine Ahnung der Mitglieder, die da hocken, die da bestimmen, also so ganz doof gesagt, wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Raum zu sprechen, weil ich war nicht da, ich habe nicht mitbestimmt, aber ganz grundlegend gab es ja auch Abstimmungen zu, zu hybride Veranstaltungen, irgendwie online, dies, das, ist vielleicht echt eine Idee wert, weil dann hast du vielleicht wenigstens, keine Ahnung, 10.000, 15.000, die da abstimmen und nicht nur 1.000, weil so bestimmt halt 1 Prozent der Mitglieder beim Verein und eben nicht der Verein, weil dann bestimmen nämlich 99 Prozent der Mitglieder nicht so, dann bestimmt halt eine absolute kleine Mini-Minderheit, die halt da auch wirklich Bock drauf hat, sich da hin zu hocken, deswegen alles fair, so, ich habe keinen Raum dazu zu sprechen, wenn man selber nicht da auftaucht auf der Mitgliederversammlung, aber vielleicht so Modelle, vielleicht echt nicht unattraktiv, um es einfach anderen Mitgliedern zu vereinfachen oder einfach generell es da hinzukriegen, dass noch, noch mehr abstimmen, wobei man da sagen muss, ich glaube, wenn die Themen stimmen, ich glaube, bei der Ausführung waren es ja irgendwie auch 15.000, die da waren, so grob, dann kommen da, glaube ich, auch einige und wenn da irgendwie mal ein Thema ist, vor allem wahrscheinlich in Sachen Fanbelange, whatever, wo ich sage, boah, da muss ich jetzt abstimmen, dann sitze ich da vielleicht auch mal, ne, aber es war jetzt zum Beispiel für mich halt noch nie so wirklich groß da, dass ich sage, da ist sowas, was mich so dermaßen catcht, da muss ich jetzt hin, dass ich dafür dann an einem Sonntag mich da hinsetze, deswegen schwieriges Thema, aber vielleicht so hybride oder sowas in die Richtung, vielleicht gar nicht mal so uninteressant, ebenfalls nicht abgewählt wurden Bühler und Schlecht, da waren aber auch die Anträge echt nicht so der Wahnsinn, wir haben den Christian Döring nun neu für die Gruppe Mitglieder und Fans, den Vereinsbeirat und Michael Ludwig für die Gruppe Wirtschaft und Gesellschaft, das waren eigentlich so die ganzen großen Entscheidungen, sage ich mal, die Arena hat man schön gesehen in dem weiß-roten oder vor allem roten Lichtern am Dach, weil es natürlich spät wurde am Sonntagabend dann, das sieht echt ganz geil aus tatsächlich und 85.000 Mitglieder bedeutet, es gibt nur 21 Sportvereine auf der Welt, ja, nicht Deutschland, auf der Welt, die von der Mitgliederzahl noch größer sind als der VfB, also das ist auf jeden Fall richtige, richtige Statements, das Ding und vor allem interessant wurde das Thema Finanzen, weil es bietet auch gleich einen recht schönen Übergang, weil wir gleich danach ein bisschen, ich sage mal, Transferfazit machen, ganz, ganz kurz gefasst, aber das war immer so ein Thema, wo fließt das Geld hin und wie kann das sein, dass du 20 Millionen plus machst, ich sage mal, wenn ich mir Transfermarkt.de anschaue, Zugänge gegen Abgänge, wo geht das ganze Geld hin und dann hier erstmal so ein paar Kennzahlen, dass hier der Konzern 16,6 Millionen Miese gemacht hat, Verlust nach Steuern, der Verein hat immerhin knapp eine halbe Million plus gemacht, positiv, geht natürlich ums Geschäftsjahr 2022, ist ja auch ganz klar, Eigenkapital auch nochmal schön weiter gesunken auf 11,2 Millionen, also das war auch echt mal deutlich, deutlich höher, aber vor allem interessant ist eben der Part zum Thema Transfers und solchen Geschichten, wir haben es ja schon tausendmal gehört, 90 Millionen Stadion, 90 Millionen Corona, pli, 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 tausendmal gehört, aber hier hat dann, ich glaube auch Werle war das oder wer immer das auf der MV dann war, auf der VfB-MV dann war, hat das mal ein bisschen angesprochen, weil der VfB zum Beispiel eingenommen hat, für Karlajic 18 Millionen zu Wolves, für Mangala 12 zu Nottingham, Chulinov 3,5 zu Burnley und Pablo Maffeo 3 Millionen zu Mallorca, also rund 36,5 Millionen, wie gesagt, wir reden hier über 2022, aber nach Abzug von Restbuchwerten, was mir auch einer ganz nett erklärt hat in den Kommentaren, also sehr, sehr geil, Beteiligung der Berater, Beteiligung der Spieler oder Solidaritätsbeiträgen an die Ausbildungsvereine, blieben halt davon rund 25 Millionen übrig, da fallen dann 11,5 Millionen weg durch Weiterverkaufsbeteiligung, Berater, Spieler, pli, pla, blub, ne, das ist halt heftig, überrascht glaube ich jetzt nicht unbedingt, weil es ist halt das Fußball-Business aktuell, hieß ja auch damals bei Zagadou offiziell geil, ablösefrei, aber irgendwie soll ja irgendwie sein Berater 3,5 und er 3,5 bekommen haben, das ist natürlich bei so, ja, Vereinsspielern oder was anderes, bei so ablösefreien Transfers, da ist es auch so gang und gäbe, aber generell darf man dann eben auch diese Summen halt einfach nicht überbewerten, die man da einnimmt, weil wie gesagt, das sind keine 36,5 Millionen, sondern halt nur noch 25 Millionen, die beim Verein bleiben am Ende und so, das ist ja auch hier geschrieben im Kicker, wurden bei Kalajic zum Beispiel aus 18 Millionen Euro, da ging auch noch ein bisschen Kohle da an seinen österreichischen Klub, glaube ich, waren es am Ende 11,9 Millionen statt 18, also rund 30 Prozent weniger so und in dem Sommer hatten wir ja trotzdem gleichzeitig auch rund 20 Millionen investiert in Spieler, das heißt, du hast keinen Transferplus von 16,5 Millionen, sondern eben Transferplus von 5 Millionen, das ist dann auch nicht mehr unbedingt die Welt, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Faktor oder sehr, sehr interessante Daten zu finanzen, weil da eigentlich immer ein bisschen Klarheit herrscht nun und so man auch vielleicht auf diesen Transfers, wenn man ein bisschen anders gucken kann in Sachen Plus Minus und natürlich auch interessant, Thema Stadion, da erhofft man sich natürlich auch sehr, sehr viel, wenn es dann fertig umgebaut ist, hier mit Tunnelklub zum Beispiel und da, ja, VIP-Bereiche, genau, Tunnelklub und da erhoffen sich die VfB-Verantwortlichen wohl jährliche Mehreinnahmen von rund 10 Millionen Euro, das ist natürlich ein richtiger Brocken, wenn das dann heißt, jo, Stadionumbau sieht jetzt schöner aus, für die EM geil, plus wir nehmen im Jahr 10 Millionen Euro mehr ein, dann top, ich meine, klar, immer noch, dann braucht es doof gesagt, wenn man es jetzt mal so ganz dumm rechnet, neun Jahre, bis man den 90 Millionen alleine durch die VIP und sowas Verbesserung reinholt, aber natürlich funktioniert es auch nicht so ganz und natürlich generell das Stadion wichtig umgebaut zu haben, vermutlich und zu modernisieren und so weiter, aber 10 Millionen pro Jahr wäre schon mal sehr, sehr schön, wenn das so am Ende rüberkommt, also hoffen wir mal, dass sie da auch, ja, die richtigen Kalkulierungen haben und sich diese Hoffnungen dann auch wirklich so ergeben, was es natürlich auch noch kurz gab, nach der VfB-MV ist das Thema Lusche, da gab es zuerst ein paar viele kryptische Tweets, ich habe von dem und dem mitbekommen, dass der und der was Doofes gesagt hat, irgendwann kam endlich ein bisschen Klarheit raus, also es war dann Christian Riedmüller, Präsidionsmitglied, der wohl den Rainer Wenninger, Vorsitzender des Vereinsbeirats, da ein bisschen angekackt hat nach der Mitgliederversammlung, gab eine Auseinandersetzung, da ist eben das Wort Lusche gefallen von Riedmüller zu, Wenninger, das ging es irgendwie um, ich glaube irgendwie auch um ein Thema von Redebeitrag, der irgendwie zu spät angemeldet wurde, aber den irgendwer noch durchgeführt haben wollte oder so, irgendwas in die Richtung, weiß auch nicht ganz genau, auf jeden Fall, die haben sich ausgesprochen, die haben natürlich auch seine Wellen geschlagen online, was man da ganz klar sagen kann, ist eben das Thema Außenwirkung, weil die MV lief ja eigentlich so dann grundsätzlich recht in Ordnung, alles entspannt eigentlich, so nichts Großes passiert, kein Präsidentensturz, was weiß ich, nicht alles und dann eben quasi nach Ende, prompt nach Ende, das Ding mit dem eigenen Arsch wieder eingerissen, indem sich halt da zwei wichtige Leute in großen Ämtern beim VfB in aller Öffentlichkeit auf einer Mitgliederaussammlung für genug Augen- und Ohrenzeugen sich da irgendwie ankacken. Das muss halt einfach nicht sein, das ist einfach genau das Bild, was du nicht abgeben willst als Verein, aber haben sie jetzt ausgesprochen und ja, von dem her müssen wir das Thema auch nicht größer machen, was es ist, was ich auf jeden Fall auch nochmal interessant finde, ohne da jetzt irgendwie einen ankacken zu wollen. Ich bin auch oft genug, wahrscheinlich auch zu oft auf den Plattformen, Instagram, vor allem auch Twitter hier in dem VfB, Bubble, Sinn, aber gerade Thema Klaus Vogt, weil es gibt ja wirklich extrem, extrem viele Lager und die auch alle recht klar, so es gibt entweder Vogt ja oder Vogt nein, genauso gibt es entweder Misshindert ja, Misshindert nein, so es gibt da gefühlt kein, kein Jein oder kein irgendwie Ja und nein, kein Na ja, keine Mittelwerte irgendwie und da gibt es sehr, sehr viele, die auch immer wieder groß rausposaunen und hier Sachen raussuchen und da irgendwelche wilden Webseiten gegen Klaus Vogt, wie gesagt, ohne Wertung von mir, so ich könnte es euch, bin ich ehrlich, ich könnte es euch gar nicht sagen, ob es jetzt gut fändt, wenn er abgewählt werden würde oder ob es mich jetzt krass freut, dass er da geblieben ist, so es ist mir wirklich in dem Sinne weitestgehend fast egal, so doof es klingt, aber um den Punkt zu Ende zu bringen, hat das auch nochmal ganz klar gezeigt, Thema Mitgliederversammlung und Thema Mitglieder generell, auch Mitglieder im echten Leben, Abstimmungen im echten Leben, dass eben Social Media und vor allem auch Twitter nicht die Mitglieder sind und auch nicht die Realität, so ganz, ganz einfach, hast du gemerkt, somit dürfen nicht überbewerten, was dann irgendwie drei, vier Leute mit krass hochgelikten Tweets irgendwie für eine Wirkung haben, doof gesagt auf Twitter, weil die Realität einfach eine ganz, ganz andere ist beziehungsweise dann die vielleicht einfach nicht auf der Mitgliederversammlung sind, ich weiß es ja nicht, also es hat schon eine Wirkung auf Twitter und ich finde den Austausch auch generell ganz gut, ich mag die Plattform und bin da oft genug, aber es ist nicht die Realität, Social Media ist nicht die Realität und das hat man auf der VfB-MV nochmal ganz klar gesehen. Dann kommen wir jetzt zu so einem kurzen Transferfenster-Fazit, sage ich mal, wollte ich ja auch machen, weil wir ein bisschen im größeren Stile, aber habe ich jetzt auch so ein bisschen gemerkt, es ist immer schwierig, es ist auch immer so aus einem Affekt raus und aus einem aktuellen, aus einem aktuellen Gefühl raus, deswegen wird das hier natürlich auch gefühlt eine Lobhudelei, weil es läuft halt aktuell, so wenn wir jetzt mit drei Niederlagen und einem Sieg gestartet werden, mit drei Punkten aus vier statt neun Punkten aus vier, würde ich den Kader wahrscheinlich auch erstmal anders bewerten, deswegen hätte ich nie so eine richtig faire und ich sag mal richtig neutrale, doof gesagt, ja Fazit machen können zu dem Kader, Transferfenster, einfach nochmal kurz abgehakt, Zugänge, Gerasi, 9 Millionen, Stiller, 5,5 Millionen, Wu Yong Yong, 2,8 Millionen, Milosevic, 1,2 Millionen, Nübel, 1 Million Leihgebühr, Undaf, 700.000 Leihgebühr, Maximilian Mittelstädt, 500.000, Matej Magliza, Rückkauf, Option gezogen, 450.000, Lieveling, 200.000 Leihgebühr, Roux per Leihe, Stergio per Leihe, Dennis Simon ist hochgekommen im Kader und natürlich viele Leihrückkehrer, die jetzt noch beim VfB sind, sind Massimo und Sanko und natürlich auch Momo Sisee, aber der spielt keine Rolle, Abgänge, Konstantinos Mafropanos, 20 Millionen, Endo, 20 Millionen, Borna Sosa, 8 Millionen, Flore Müller, 1,5 Millionen, Schildias, Leihgebühr 200.000 erstmal, Alu Kohl, 200.000, Mola, Ablösefrei, Aydonis, Ablösefrei, Fahir per Leihe, Perea Leihe, Pfeiffer Leihe, Magliza Leihe, Beers Leihe, Sanko Leihe, Koulibaly nicht verlängert, auch immer noch vereinslos und Thiago Tomas hat man auch die Kaufoption nicht gezogen und natürlich gibt es bei ein paar Spielen auch eine Kaufoption mit dabei, nämlich bei Dennis Undaf, ich meine, die war irgendwo bei 10 Millionen oder sowas grob für den nächsten Sommer dann eben, bei Levelingen war es glaube ich irgendwie 4, 5 Millionen, Roux kommen wir nachher auch noch dazu, da gibt es auch eine Kaufoption im nächsten Sommer, Stergio auch Kaufoption oder ich glaube sogar Kaufpflicht irgendwie oder so, auf jeden Fall auch eine Kaufoption, ich glaube auch in einem erschwinglichen Bereich irgendwie 2, 3 Millionen glaube ich auch bei ihm, wenn nicht sogar weniger und natürlich auch bei einigen noch ein bisschen Boni, die oben drauf kommen in Sachen Abgänge, Mafropaners noch Boni 5 Millionen, Endo 5 Millionen Boni scheinbar, so sagen wir glaube ich zumindest eine Weiterverkaufsgebühr, Dias gibt es eine Kaufoption, ich glaube eine Million für Legia Warschau dann, sonst müssten die ganzen anderen Leihspieler keine haben, ne, Magdutzer, Fahr hier alle keine Kaufoption, habe ich glaube ich alle durch, ist ja auch immer schwierig, weil nur wenn der Laie steht, da passiert trotzdem noch zwölf andere Sachen, weil da gehört eine Leihgebühr dazu, da gehört dann Kaufzuhl dazu, unter welchen Bedingungen kann man die ziehen, wird die gezogen, ist die Kaufpflicht, so, aber das jetzt nicht mehr mal abgehakt von Transfermarkt.de, Einnahmen also 49,9 Millionen, Ausgaben 21,35 Millionen, damit eine Gesamtbilanz von plus 28,55 Millionen Euro und dann natürlich, wenn man es jetzt mal vorhin sieht, dann werden da vielleicht halt auch aus diesen 28,55 Millionen plus am Ende halt auch vielleicht nur, keine Ahnung, 20, 15, 17,5, also die können wir wahrscheinlich dann auch nicht mehr für bare Münze nehmen, aber da hast du wahrscheinlich auch halt auch kein Mensch oder kein Fan, die 1 zu 1 richtigen Daten, wie viel fällt jetzt bei wem weg, wo ist eine Weiterverkaufsgebühr, wo ist hier, wo ist da, natürlich Jong noch ein anderes Thema, haben wir auch noch gleich mit drin, in einem anderen Punkt, weil der natürlich auch noch ein bisschen anwachsen könnte, die Summe durch seinen Militärdienst und so weiter oder seinen möglichen Militärdienst, haben wir also jetzt einen Kader im Tor, Nübel, Bredlo, Simon, Schock, ich glaube Schock kann man es da fast ein bisschen rausnehmen, top besetzt, Nübel macht einen mega Job, richtig geiler Transfer bisher, dann natürlich die große Frage im nächsten Sommer, weil der hat keine Kaufoption mit dabei und eigentlich hieß es ja immer, du packst dann da einen Simon rein, der nächstes Jahr dann 18 ist, aber wenn Nübel weiterhin so top performt, hat schon seine eigenen, seine eigenen, Sprachkörig gibt er immer wieder, Bredlo ist Nummer zwei, top, nimmst du absolut mit, guter Mann, so wie es auch wirkt fürs Team, dann in der Verteidigung hast du natürlich Ito, der aktuell Linksverteidiger gibt, dahinter hast du einen Mittelstädt, dann hast du einen Ruo und Anton so ein bisschen auf der gleichen Position, sag ich mal, natürlich Anton Kapitän, Stergiu hast du auch so ein bisschen noch auf Rechts- und Rechtsverteidiger, Zagadou, der linke Innenverteidiger, Wagner Mann hast du noch als rechten Verteidiger, eher Wingback und Pascal Stenzel ist auch noch als rechten Verteidiger, also es fehlt so ein bisschen vielleicht in Richtung Links, das ist ja auch das, was manche gesagt haben, dass vielleicht auch ein Sosa hätte es ersetzen sollen noch, als er dann gegangen ist, hieß aber auch immer, das machst du nicht oder hieß immer in den Medien von VfB-Seite quasi, ist klar, die werden den nicht ersetzen, weil wir haben ja Ito und wir haben ja Mittelstädt, aber generell, so wie du gerade spielst, gerade noch in der Viererkette spielst, vielleicht machst du es ja auch dann irgendwann anders, wenn dann eben ein Wagner Mann so langsam zurückkehrt, weil dann brauchst du ja eher wieder so ein Wingback-Ding, dann hast du wieder drei Innenverteidiger, dann wird es vielleicht ein bisschen eng natürlich im Kader, weil dann kannst du, ja, Zagadou, Anton und Ro spielen, Ito auf links, Wagner Mann auf rechts und dann wird es ein bisschen dünn dahinter, natürlich hast du immer auch Sergio und Stenzel und so Geschichten, aber vielleicht so ein bisschen was in Richtung Links, du hast sehr viel rechts, Sergio kann das, Wagner Mann, Stenzel, Anton eher der rechte Verteidiger oder halt rechter Innenverteidiger, Ro dasselbe, vielleicht fehlt da vielleicht echt der eine noch in Richtung Links, aber finde ich jetzt auch gar nicht so drastisch, Mittelfeld, Stiller, Karasso gesetzt, da muss man echt sagen, Stiller auch einfach ein richtig geiler Transfer bisher, so fertig aus, fünfeinhalb Millionen, kann auch noch ansteigen, glaube ich, irgendwie auf bis zu sieben oder sowas, aber ein Top-Transfer, eher so ein bisschen der Endo-Ersatz, kann es ja auch nicht so richtig sagen, ein Mafropanus-Ersatz ist dann eben Ro, der natürlich auch noch nicht so viel gespielt hat, aber in Mainz zumindest mal eingewechselt wurde, kurz vor Schluss und also wie sich Stiller da einfügt, so wirklich, als hätte er auch die letzten Jahre beim VfB gespielt, wahrscheinlich hilft er halt echt brutal mit rein, dass er eben auch Hoeneß kennt, seinen Fußball kennt, Hoffenheim, Bayern 2, oder auch generell bei den Bayern, das ist brutal, wie der sich eingefunden hat, generell, wir haben jetzt hier wirklich einen Endo abgegeben, einen Mafropanus abgegeben, einen Sosa abgegeben, drei eigentliche Stützen, Stammspieler, teure Transfers natürlich auch, teure Abgänge auch, jetzt mal Sosa ein bisschen rausgenommen, und du merkst es, doof gesagt, gerade nicht so richtig, so ich will jetzt kein Ende runterbewerten, nie im Leben, Mafropanus auch nicht, aber du merkst es nicht so richtig, was eben in anderen Worten heißt, du hast es richtig geil aufgefangen bisher, es läuft richtig, richtig gut, dass Nathalie noch ein bisschen verletzt ist, der auch das zocken könnte, Saraguchi noch, Eklow auch öfter mal so ein bisschen diese 6er, 8er Rolle gespielt, ein bisschen defensiver tatsächlich, als vielleicht noch vor kurzem, noch früher, so ein bisschen fast Überangebot hast, auf dieser offensive ZOM-Rolle, zentrales Offensivsmittelfeld, der kann nämlich Mio zocken, und natürlich Jong, der das meistens gemacht hat, jetzt wird es erstmal Mio machen, weil ja Jong jetzt erstmal weg ist mit dem Asia, mit dem Asia Cup, Laurin Ullrich hast du auch noch, aber der auch noch ein bisschen am Laborieren mit Verletzungen, da war natürlich das große Thema, holst du vielleicht noch einen Backup, weil, muss man auch da ganz ehrlich sagen, wenn mal ein Karas so ausfällt, wenn mal ein, stiller ausfällt, dann wird es natürlich schon, dann fällt natürlich schon was extrem, extrem Wichtiges weg, auch Karas ist immer sehr unterbewertet, brutal wichtiger Spieler, dann kannst du da auch mal ein Mio hinstellen, Mio, auch wenn es nicht eine 1 zu 1 Position ist, auch ein Eckloff hat das mal gespielt, aber es ist eben nicht dieses richtige Ding von defensives Mittelfeld, Sechser, wie auch immer, da hätte es vielleicht noch einen holen können, wir waren ja ein paar dran, hast du aber eben nicht gemacht, also das könntest du schon auffangen, aber dann spätestens, nachdem du es aufgefangen hast, wird es dann eben auf der Bank, gibt es dann quasi keinen mehr, der diese Rolle genauso auffangen kann, dann im Angriff, Chris Führig, der gerade unumstritten ist, eigentlich auf links, Silas, ja, nicht unumstritten, aber auch bisher Stammspieler auf rechts, Leveling kann das auch spielen über rechts, oder auch im Sturm, Gerasi ist sowieso 100% gesetzt, dann hast du noch einen Ondarff, der jetzt auch zurück ist nach der Verletzung, Casanaras laboriert noch ein bisschen und Milosevic, der auch dann eben im Rang vor Sanko und Co war und der ist eben noch voll im Bundeswehrkader mit dabei ist, immer wieder auch schon eingewechselt wurde, da muss man auch wieder sagen, weil auch ein Ondarff kann diese 10er-Rolle, sag ich mal, hinter einem Gerasi spielen, das heißt, du hast ja wirklich auf der Position, sag ich mal, oder in der Offensive generell, fast ein leichtes Überangebot, nämlich Jong, Mio, Ondarff zum Beispiel, nur alleine für diese eine Position, drei Stück, die das alle bestimmt top machen können, klar, muss man auch generell sagen, jetzt hast du ja einen Jong, der dann auch mal ein paar Tage, oder ein paar Tage, ein paar Spieltage, wollte ich eigentlich sagen, weg ist, später noch ein Gerasi mit Afrika Cup, dasselbe auch bei Silas, also auch schon ein bisschen da quasi darauf geachtet, dass du da eben auffängst, aber dann brauchst du die Breite halt doch im Kader, man fräst gerade die Frage, vielleicht bringst du wirklich mal einen Leveling rein, statt einem Silas, kann man öfter mal auch per Einwechslung Leveling, Gerasi ist gesetzt, da wird eben jetzt interessant, bringst du mal einen Gerasi und einen Ondarff zusammen, das ist auch interessant zu sehen, ob das mal passiert, oder müssen die sich wirklich betteln um diesen einen Stürmerposten, den eben eine aktuelle Gerasi inne hätte und dann muss vielleicht Ondarff wirklich 100% auf diese paar Tage, Spieltage hoffen oder da eben Vollgas geben, in dem dann ein Gerasi weg ist beim Afrika Cup oder eben generell, weil Gerasi, so wie der gerade abgeht, haben wir auch nachher noch einen eigenen Punkt dazu, Überpunkt zu ihm, ist glaube ich recht klar, dass der dann, wenn der so weitermacht, spätestens das Sommer weg ist, ich mache mir auch die leichte Hoffnung, dass er im Winter nicht geht, aber im Sommer weg ist und dann könntest du quasi den Übergang machen, Gerasi abgeben im Sommer und Ondarff die Kaufoption ziehen für 10 Millionen und dann eben im Normalfall Gerasi natürlich für viel, viel mehr als 10 Millionen im Sommer abgeben, dann hast du quasi da direkt seinen Ersatz, haben wir natürlich alles noch sehr viel Zukunftsleserei, Milosevic hinten dran, auch nett, passt für mich, 18 Jahre alt, kannst du es so machen und dann steht der Kader, dann steht der Kader wirklich, ich glaube gerade läuft auch keiner, wie sagt, außer im Gerasi vielleicht, akut Gefahr, ist auch noch Ewigkeiten hin, ich weiß, aber akut Gefahr, dass da im Winter krass abgeworben werden wird, natürlich auch die Frage, wie jetzt ein Rohr noch reinkommt, hier noch zum Schluss von dem Kader, weil der natürlich eigentlich auch so ein bisschen der Mavapana-Ersatz sein soll, aber aktuell eigentlich kein Weg an Anton und auch nicht an den wirklich diese Saison starken Zagadou oder vor allem eben im Vergleich zur letzten Saison besonders starken Zagadou und verbesserten Zagadou eigentlich keinen Weg vorbeiführt an den beiden Anton und Daxo, das heißt, dann mal gucken, wie die Rolle von Ro weitergeht, damit, genau, Sosa ist das Thema abgehakt, Qualitätsverlust war immer richtig die große Frage, habe ich auch schon abgehakt, weil den haben wir bisher richtig, richtig stark aufgefangen, sind tatsächlich dann aktuell wieder auch mal der jüngste Kader in der Bundesliga, Klassiker, haben wir seit letzten Jahren immer in den Posten, behalten wir auch gerne, 23,5 Jahre im Schnitt, danach kommen Leverkusen, 23,9 Jahre, Wolfsburg 24 Jahre, Bochum der Älteste mit 26,9 Jahren im Schnitt, danach Union und die Bayern und was man auch sagen muss, das war ja auch so ein bisschen auf der Agenda, ein paar Spieler loswerden, ohne Spieler jetzt angehen zu wollen, unnötig, die ja zum Beispiel ein bisschen losgeworden, wer da noch fehlt, das zum Beispiel in Cissé, der aber auch quasi keine Rolle mehr spielt, aber in Waskripp ist es halt noch nicht losgeworden bisher, vielleicht war auch da irgendwann eine Vertragsauflösung, keine Ahnung, wie wir jetzt bei einem Monat zum Beispiel, aber dadurch haben wir auch unseren Kader entspannt verringert, haben jetzt, ich weiß nicht, ob das aktuelle Stand ist, vermutlich schon, nicht nochmal nachgezählt, gerade aber 29 Spieler im Kader, finde ich vollkommen in Ordnung, auch da Frankfurt der Bundesliga auf Platz 1, 35 Spieler im Kader, wir da so auf Platz 9 in der Mitte mit 29 Spielern und der kleinste Kader Bayern München mit 23 Spielern und schauen wir da nochmal drauf, das seht ihr auch nochmal, sind 28 Spieler, aktuell 28 Spieler im Profikader, aber was ich eigentlich gucken wollte, hier noch in der letzten Transfermarkt.de Grafik, ist das Thema Gesamtmarktwert, danach sortieren wir mal kurz und dann werden wir sehen, dass wir damit auf 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, auf Platz 12 sind 116,6 Millionen Gesamtmarktwert, darunter kommen dann Klubs wie Mainz, Köln, Bremen, Bochum, Darmstadt und Heidenheim, also auch da, ich glaube, ich habe uns sogar auf Platz 12 getippt, ich glaube, also wenn wir in der Saison spielen und ähnlich zu der Positionierung von unserem Gesamtmarktwert die Saison beenden, also eben auf Platz 12, jetzt hier zum Beispiel, wären wir glaube ich gar nicht mal so unzufrieden, würde ich sagen. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Gemischtes, Nummer 1 ist der, also wirklich was Gemischtes so, wir machen den Köln-Aufruf nochmal kurz, werde ich auch nochmal selber machen müssen über Insta und Twitter nochmal neu aufsetzen, hat er gesucht gehabt, noch nach zwei Karten im Sitzbereich für den Ausweisblock in Köln, weil ich in dem Mitgliederverkauf an keine Karten kam und da doch ganz gerne hinwollen würde, bisher kam noch nichts bei rum, auch wenn ein paar was versucht haben, also danke an jedem, der da auch auf mich zugekommen ist, meistens natürlich über Instagram DM, am einfachsten Direktnachricht auf Instagram, aber bisher kam noch nichts mehr rum, also falls hier irgendwer zufällig im YouTube-Video zuschaut und irgendwie noch zwei Karten hat für mich in Köln, gerne mal anhauen, hätte ich sehr Bock da hinzugehen mit einem Kollegen, jetzt natürlich auch, ich habe das ja irgendwann am 9. September gemacht, also natürlich auch viel zu früh wahrscheinlich, jetzt vielleicht noch eher, spiele schon nächste Woche, nächste Woche Samstag, vielleicht jetzt kurzfristiger noch welche, die auch kurzfristige Karten abgeben, passiert auch zum Beispiel auf Twitter immer wieder und da muss ich auch sagen, Twitter wird auch immer besser, ein paar mehr Follower, ein paar mehr Likes, aber Twitter ist jetzt nicht die Plattform, wo die krasste Interaktion bei mir stattfindet, die krassten Likes, Aufruhe, bla 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 stattfinden und trotzdem auch da einige dabei gewesen, die hier repostet haben, die geliked haben, deswegen vielen Dank auch da an den Versuch, es quasi noch ein bisschen mehr zu streuen und da werde ich einen neuen Versuch nochmal starten und wenn es nicht klappt, dann gucken wir uns die Spieler zusammen im Reaction Stream, Livestream an, ganz klar, EM, also das ist hier so ein bisschen gemischte Werke, so ein bisschen vereinsfern oder nicht so 100% Vereinen mit Spieler und so Geschichten, das kommt dann gleich, EM, haben wir nämlich jetzt ein paar Preise bekommen, was natürlich vor allem deswegen interessant ist, weil wir mit Stuttgart natürlich, glaube ich, vier Spiele haben, das dürften dann drei Gruppenphasenspiele und ein Viertelfinale sein, glaube ich, aber was wir haben, ziemlich sicher oder was glaube ich auch schon offiziell irgendwo rumsteht, wir haben ein Gruppenspiel von Deutschland garantiert bei uns in der MHP Arena, noch nicht mal ausgelost und sowas, ich glaube die ersten Tickets sind glaube ich am 3. Oktober, beginnt der Ticketsverkauf, weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon rankommen, wir Normalsterblichen, sag ich mal, ob man da in irgendeinem Fanglub sein muss oder so, aber da auch Gruppenphase, Fans first, also wahrscheinlich genau die Kategorie jetzt am Anfang für wahrscheinlich auch Fanglubs und sowas, da sind wir bei 30 Euro, Kategorie 3, 60 Euro, Kategorie 2, 150 Euro, Kategorie 1, 200 und Prime Seeds, kann ich außen vor lassen, war 400 Euro, hier, Kategorie 3, also die 60 Euro, sind wohl in den Ecken hinter den Toren, Kategorie 2, Plätze in den Ecken hinter den Toren, mittlere Reihen und Haupt- oder Gegentribüne und Kategorie 1, Plätze auf der Haupt- oder Gegentribüne und Fans first, ist dann so ein bisschen Stehblock-mäßig, so Kategorie-Kurve-mäßig, so Plätze hinter den Toren oder unter Türkkammer-Kurve-mäßig, also ähnlich zu den Preiskategorien, die wir auch so kennen, in der normalen Stadion-Blockplan in der Bundesliga, ist halt Europameisterschaft, also mir hat es jetzt gar nicht so arg gewundert, haben wir auch natürlich ein paar Leute recht, zweimal EM im Stadion schauen und du hast eine Dauerkarte in der Kategorie-Kurve schon wieder quasi drin oder hast gleich viel bezahlt wie dafür, das ist schon heftig, aber ist halt eine EM so, aber vor allem interessant, hier ein paar Kategorien, wahrscheinlich für uns am ehesten 60-Euro-Kategorie im besten Fall, weil ich kann auch wieder an Fans first kommen würden, wir jetzt im Sinne von die, die Interesse daran hätten, in der MAP-Arena ein EM-Spiel zu schauen, auch wenn es wirklich das Deutschlandspiel wird, sondern ein anderes, da mal so ein bisschen die Preise dazu, Endo-Comeback, nicht zum Verein, bleibt bei Liverpool, kann er da auch gerne machen, vor allem weiterhin für ihn, dass er da jetzt bei Liverpool gelandet ist, auch wenn er natürlich jetzt aktuell nicht so viel Spielzeit bekommt, aber der hat kurz einen Besuch abgestattet, nochmal in der Länderspielpause müsste es gewesen sein, nach dem Motto, er hat nicht so richtigen Abschied gehabt, nur ging er gefühlt über Nacht der Transfer, doof gesagt, oder wie die Gerüchte rauskamen, deswegen nochmal zurückgekommen, ein paar Spiele abgeklatscht, und so, ganz schönes Video geworden. Nachhaltigkeitsgold, das ist jetzt noch recht aktuell tatsächlich, der VfB hat das goldene Label für Nachhaltigkeit im Profisport erhalten, Nachhaltigkeitsbericht, ja, schönes Ding, habe ich keine näheren Insights, was das genau heißt, wie geil wir da jetzt wirklich sind in Sachen Nachhaltigkeit, da kannst du ja auch immer viel, ich sag mal, schön formulieren, und schön hindrehen, aber klingt auf jeden Fall schon mal schön, Nachhaltigkeitsgold für den VfB, 2 Minuten 50, habe ich hier mal aufgeschrieben, weil der VfB wurde zur Kasse gebeten, wegen einer Verspätung, weil der VfB 2 Minuten 50 Verspätung hatte, und da geht es um die Ausrüstungskontrolle am ersten Spieltag, und deswegen muss der VfB tatsächlich 10.000 Euro zahlen, also die holen sich auch echt ihr Geld überall, wo sie es kriegen, über ihre Strafen, so gefühlt DFB, DFL und so weiter, Kunsttrikot, auch sehr interessant, ich glaube, es hat noch gar nicht so die Riesenwellen geschlagen, der VfB hat es scheinbar auch in seiner Insta-Story mal einmal kurz repostet, aber mehr auch nicht, Stuttgart, und da halt das Art groß gemacht, oder fett gemacht, wie auch immer, eben dann das Wort Kunst, von Englisch auf Deutsch, ein lila Trikot, mit so ein bisschen, ja, dunkelblauen Schleiern irgendwie durchs Trikot durch, so als hätte es halt jemand gemalt, ne, so kunstmäßig, ähm, stand irgendwas von More Things to Come VfB, ja, keine Ahnung, also bisher kam noch nichts, ich finde das Trikot nicht wirklich schön, ähm, sieht aber fast aus, als gäbe es da irgendwie vielleicht mal so eine Art VfB-Kunsttrikot-Serie, oder nur eins davon, keine Ahnung, ist auch schon ein bisschen länger her, das Bild hier kam auf Twitter und auf der Insta-Story von VfB, bisher kam noch nichts weiter dazu, also kein, kein offizielles Announcement und keine Verkäufe und sowas, wagen wir mal ab, was das da wird, für mich was, was es nicht unbedingt braucht, wir haben jetzt eh schon drei Trikots, Sondertrikots wird es auch geben, äh, da brauche ich jetzt nicht auch noch irgendwie ein Art-Trikot oder ein Kunst-Trikot, aber tut mir jetzt auch nicht weh, weil ich muss es ja nicht kaufen, so, weil es ja VfB rauskriegt, muss ich es ja nicht kaufen und muss es mir auch nicht gefallen, deswegen kann man es auch, äh, sage ich mal, deswegen mal schauen, ob da irgendwann noch ein bisschen was Näheres kommt, Thema Trikot-Überleitung, wunderschön, wie ist es, so eine halbe Überleitung mal drin zu haben in so durcheinandergeworfenen Kategorien, nämlich meisten Trikots, äh, da hat jetzt hier der Kicker mal nachrecherchiert, nachgefragt bei den Bundesliga-Clubs, ähm, von welchem Spieler oder mit welchem Spieler hinten drauf auf dem Trikot die meisten Trikots verkauft wurden pro Verein, Dortmund zum Beispiel Reus, Harry Kane beim Bayern und bei uns beim VfB ist es Seru Gerasi, so, muss ja auch sein und zum Schluss noch, das auch aktuell und eben auch so ein bisschen VfB-ferner, deswegen nicht in der nächsten Kategorie, sondern in dieser noch, ist das Mislintat-Drama, sag ich mal, weil da kam jetzt ein bisschen was raus, äh, die erste Quelle, Grundquelle ist NOS aus Portugal, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so ein bisschen der ARD-Ableger irgendwie oder so ähnlich wie die, wie die ARD quasi in Portugal, irgendwie so, so in die Richtung ähm, und da, äh, geht's um, äh, Mislintat und den Sosa-Transfer, ich bin ehrlich, ich brauche hier den Artikel auch wirklich und ich lese es wahrscheinlich auch gefühlt nur, ich lese es einfach jetzt nur vor, weil ich auch da nicht 100% durchblicke, ähm, hier von der STN als Quelle, äh, der ehemalige VfB-Sportchef, Sven Mislintat, aktueller technischer Direktor von Ajax Amsterdam, steht wegen eines möglichen Interessens, ist immer Interessenkonflikt, so rum, im Zusammenhang mit dem Transfer von Borna Sosa von Stuttgart nach Amsterdam in der Kritik. Abgewickelt wurde der Deal mit Hilfe der Agentur AKA Global, die wiederum Anteilseigner von Mislintats Datenanalyseunternehmen Matchmetrics ist, als er in einer unternehmerischen Beziehung mit ihm steht, dieser Umstand soll gegen den Regelkodex des Klubs aus Amsterdam verstoßen. Also darum geht's, ein bisschen hier Connection, da Connection, ist auch nichts Neues, gibt's oft genug im Fußball, ähm, da ging's auch darum, dass Sosa jetzt erst noch vor kurzem seine Berateragentur dann noch geändert hatte, quasi vor dem Transfer zu Ajax irgendwie, ähm, deswegen, da geht's einfach irgendwie um ganz, ganz viele Connections und dann hier mal einer beteiligt, ähm, da mal einer beteiligt, gibt's auch oft genug, ist so gang und gäbe gefühlt, ähm, aber eben die Frage, Thema Kodex, Thema Rechtliches, Thema, ist das alles offengelegt, ist das alles in Ordnung so, weil wenn das nicht in Ordnung ist, dann kann das natürlich auch ein ziemlich, äh, schlechtes Licht darauf werfen, ähm, eben hier vor allem beim Sosa-Transfer zu, äh, Ajax Amsterdam, weil da kann es so ein bisschen in die Richtung gehen, von wegen, ja, der Missentat quasi verdient dann mit an dem Transfer und sowas und dann wird's halt eklig, ne, dann wird's so ein bisschen shady, ähm, dann wird's unschön, ist es im Fußball sowieso, ist es im Transferbusiness zu 100% auch an in allen Ecken und Kanten sowieso shady und hier eine Verbindung und da ein Berater und hier irgendwie, ja, unfair quasi verhandelt und irgendwie in Übersprung in Verhandlungen, bla, 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 aber interessant natürlich auch jetzt hieran, nicht nur Ajax Amsterdam, sondern auch der VfB überprüft alle Transfers im Zusammenhang mit aka Global, mal gucken, was dabei rauskommt, wie gesagt, ich bin da rein, ich sag mal rechtlich oder was da jetzt genau ist und wie jetzt wer mit wem zusammenhängt, äh, nicht so tief drin, ähm, ich glaub auch jetzt nichts, was man auf den ersten Blick überbewerten muss, da ist eben die Frage, was dabei rauskommt, weil wenn dann so Sachen rauskommen, dass das wirklich nicht offengelegt ist, dass da ein bisschen dann vielleicht wirklich mit, mit, äh, ja, quasi indirekt oder vielleicht auch gewollt, keine Ahnung, wer weiß, ich würde es ihm jetzt mal nicht zutrauen, rein vom Sympathielevel her, nicht, aber es gibt genug Leute, die dann komplett wild werden oder komplett, äh, auf Geld schauen und dies, das und eben ein bisschen Lücken ausnutzen in diesem großen Fußball-Business, Transfer-Business in dem Fall, ähm, dann wird es natürlich ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Sven Missentat, der ist sowieso dick unter Beschuss bei Ajax Amsterdam, ich hab ja auch öfter mal mit Ajax Fan-TV, äh, gequatscht, mit, äh, den guten Kollegen da aus Holland, natürlich immer auf Englisch an in den Streams gequatscht, über Sosa, über Missentat, über dies, das, über Ito, glaub auch mal, genau, ähm, da, ne, ist halt Ajax Amsterdam so, wenn die jetzt letzte Saison nicht die Liga geholt haben, jetzt spielen sie nur Euroleague, keine Champions League, dieses Jahr läuft's auch nicht gut, dicker Umbruch, Missentat, viel Transfer geschehen, der Trainer kackt öffentlich den Kader an und so weiter, da sieht's dann sehr schwierig aus, grad generell, da kommt natürlich das auch recht gut gelegen, sag ich mal, so eine Schlagzeile hier noch mit da drauf zu packen und so eine Überprüfung hier noch mal mit drauf zu packen, weil es dann wohl eh genug gibt, die ein bisschen halt auch schon wieder weg haben wollen bei Ajax Amsterdam, also ganz, ganz wildes Ding, ähm, weil bei denen natürlich auch, der hat halt jetzt zum Beispiel kleine Ajax-Exkurs hier, aber ich bin auch gleich wieder, gleich wieder zurück zum VfB, aber wenn du jetzt bei Ajax bist, da hast du eben nicht mehr beim VfB vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, ein Jahr Zeit, Spieler entwickeln zu lassen, anderthalb Jahre mal, oder einen Spieler erst ranwachsen zu lassen und erst zwei Jahre später, wie jetzt in Mio und in Armada und sowas, blühen sie richtig auf, das hast du bei Ajax halt nicht, so, du musst da gewinnen, Ajax, Ajax in Holland, Liga musst du gewinnen und dann ein bisschen Champions League spielen, so, wenn die jetzt wieder nach ein paar Spielen irgendwo auf Platz 12 oder wo sie jetzt stecken sind, das geht halt einfach nicht, ähm, und auch sehr interessant, ähm, Thema Portkantstadt, der aktuelle Folge von heute, natürlich immer 16 Uhr, äh, am Donnerstag Nachmittag, da hat auch, äh, hier der gute Herr Meisel, äh, berichtet, von einem Gespräch mit Missentat, ähm, und dass Missentat sich da auch schon bewusst ist, oder sich da auch schon fast bewusst ist, egal wie das Ding hier ausgeht, ich bin vermutlich nicht mehr so lange hier, ist die Frage, ob ich ja dann jetzt bald schon rausfliege, rausgeschmissen werde, ob ich bis zum Saisonende bleibe, also der sieht da auch wohl auch schon ganz öffentlich, ähm, seine Rolle da auch schon sehr in Gefahr, äh, also sehr interessant, was da noch so passieren wird, mit Sven Missentat bei Ajax Amsterdam. Jetzt kommen wir zu Verein und eigentlich, eigentlich auch einfach nur gemischt zwei, sag ich mal, aber mit ein bisschen noch näher zum VfB, ähm, 130 Jahre VfB, so, wir hatten eine schöne Bahn, oder eine Bahn, weiß nicht, ob es mehrere Bahnen waren, aber ein Bild hier von Kommando Cannstatt, die schön mit Graffiti besprühen durften, gehe ich mal fest davon aus, ähm, hier, äh, was aussieht wie eine Regiobahn, in Stuttgart, 130 Jahre VfB Stuttgart, sehr, sehr schön, und natürlich auch ein paar Sachen wurden beleuchtet, die Arena beleuchtet, ähm, wir haben hier die Grabkapelle beleuchtet in Rot, ähm, andere Sachen wurden auch angeleuchtet, also sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall gewesen, das Jubiläum, ähm, Porsche und Winamax, auch ein Ding, was immer wieder rauskommt, dass wohl Porsche nicht so Bock drauf hat, dass wir jetzt hier Winamax haben, dass sie wohl nicht in Verbindung mit den Sponsor genannt werden wollen, durchaus nicht die geilste Aussicht, ich sag mal, in Richtung, ähm, ja, in Richtung, Engagement von Porsche, weil das ist natürlich das nächste Thema, wann steigen die ein, wann kommt das erste Geld, und so weiter und so fort, auch da, gibt's genug, die immer sagen, ja, nee, die wollen nicht, und eigentlich wollen die doch gar nicht, und, äh, ja, die haben doch, die haben, das ist eine Gefahr, weil Porsche will, will, will Vogt nicht, was da auch immer wieder online zu lesen war, auf Social Media zu lesen war, dem widersprechen dann die Medien ständig eigentlich, der Kicker hier auch nochmal, dass natürlich, das jetzt ein bisschen länger zieht als nötig, ähm, und dass man jetzt aber trotzdem davon ausgeht, dass das jetzt, äh, bald, äh, ja, durch ist, ne, die ganzen rechtlichen Sachen auch, da müssen ja auch nochmal 12 Millionen Leute drüber gucken, und hier, hier in der Hauptversammlung, und da, äh, ja, Verträge unterschreiben, notariell, bliblablub, die ganzen Geschichten, ähm, aber da soll wohl dann bald auch mal das erste Geld fließen, ähm, die erste Tranche, äh, nach Kicker-Informationen 20,75 Millionen Euro, ähm, und der Nachschuss in gleicher Höhe folgt dann im Sommer 2024, also die erste Tranche im Oktober, ähm, und dann 2024 dasselbe nochmal, also nochmal knapp 21 Millionen, ähm, so sieht's aus, und das soll dann eben auch passieren, ähm, und bei Winamax, äh, wie gesagt, wir hier das Thema auch gar nicht mehr, gar nicht mehr groß machen, oder so, hab's auch schon oft genug angesprochen, und sicher auch, auch da wieder Thema Social Media, ne, wo sich sehr viele geäußert haben, natürlich auch sehr viele dagegen geäußert haben, ähm, will auch da keinem was unterstellen, und natürlich kann's natürlich so Geschichten auch immer sehr, sehr einfach die dicken Moralpunkte abgreifen, sag ich mal, ähm, ähm, aber gibt natürlich genug, die auch völlig zu Recht dagegen sind, gegen Winamax, alles in Ordnung, ähm, fanden wir das jetzt auch ganz interessant, natürlich kann man das auch wieder negativ auslegen, von wegen, ja, ist doch auch egal, das ist eine schöne Reederei vom Werle, aber der war ja im Sport im Dritten, ähm, muss er da nochmal ganz kurz reinwerfen, also wie der Kollege Dartpfeile wirft, heilige Scheiße, das wirklich unglaublich, also ich weiß auch gar nicht, wie das geht, also, wie, wie man auf die Idee kommt, Dartpfeile so zu werfen, beziehungsweise der war das zweite Mal da, also auch das zweite Mal an der Dartscheibe, war glaubt ein Tacken besser diesmal als letztes Mal, aber der wirft die Dinger Richtung Dartscheibe, als wären es Bälle, der wirft die wirklich wie Bälle, die Dinger fliegen wirklich alle an der Scheibe vorbei, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, vielleicht einmal einfach kurz beibringen, wie man so einen Dartpfeiler in der Hand hält, und dann fliegt das Ding eigentlich, also auf die Scheibe darfst du ja zumindest mal sicher treffen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, der hat da nämlich gesagt, wir haben, wie, also zum selben Zeitpunkt des Verkaufs, im Vergleich zur letzten Saison, gleich viele Trikots verkauft, wie gesagt, kann ich auch viele auslegen, scheißegal, Winne Max trotzdem kacke, alles fein, äh, agree to disagree, ähm, aber zeigt vielleicht auch das nochmal, zeigt es auch nochmal meine Haltung vielleicht, sind es glaube ich für drei Jahre hier, also wir werden auch auf ein paar anderen Trikots sein, wie gesagt, genau das Thema hier, gleich viele Trikots verkauft, wie letzte Saison, letzte Saison muss man ja auch sagen, weil der Trikots hat es auch nochmal viel, viel geiler, auch rein vom Design her, auch ohne Winne Max drauf, finde ich, weil der Trikots hat es letztes Jahr besser, äh, alles Heimtrikot und sowas, wenn es dann wirklich heißt, ähm, und das eben dann wohl auch stimmt, nehme ich mal einfach mal ab, dem Herrn Werle, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt gleich viele Trikots verkauft haben, wie letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, unterstreit es vielleicht nochmal, dass es vielleicht doch nicht so viele, so tief interessiert, das Thema Winne Max als Sponsor, und das vielleicht doch nicht so die riesen Auswirkung hat, und vielleicht doch nicht der komplette Downfall des VfB Stuttgart ist, ähm, nächstes Thema, Ito-Ausstiegsklausel, auch das nochmal ein interessantes Thema, ähm, weil damit konntest du ja fast ein bisschen rechnen, haben wir ja verlängert mit, äh, Hiroki Ito, ich glaube um ein Jahr obendrauf, bin gerade gar nicht sicher, ich glaube bis 27 jetzt, davor bis 26, glaube ich, dass es so richtig ist, ähm, und da natürlich hat der Kicker veröffentlicht, inklusive Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro, und da kann man jetzt erstmal sagen, oder gibt es ein paar Punkte, kann man erstmal sagen, schön, ist geil, dass er verlängert hat, jeden Stammspieler, gerade ein Ito, auch einer der wenigen neben Girasi, den du auch nur halten konntest im Sommer, so dass man die nächsten, die für viel Geld noch hätten wechseln können, also umso schöner, dass er geblieben ist, Ito, bin großer Fan von ihm ja sowieso, schon lange, ähm, da ist nur ein bisschen die Frage, war das so, um es mal negativ auszulegen, war es das so dermaßen zwingend notwendig? Haben wir ganz provokativ gefragt, weil es hast du ja eigentlich, es wurde ja auch berichtet, äh, in, ja, im selben Zug, wie es gibt Gerüchte von Ajax und blablabla mit Ito, dass Ito eine Ausstiegslausel von 30 Millionen zu hoch wäre, jetzt sind es ja 25 Millionen, also kommt auch die Summe nicht überraschend, muss man auch da sagen, in Ito, 25 fände ich okay, kann sich natürlich je nach Saisonverlauf auch noch ein bisschen mehr wünschen bei einem Ito tatsächlich, aber ist jetzt eine Summe, wo man es erstmal nicht sagen kann, wir verschenken den, also ist in Ordnung, 30 Millionen nochmal ein bisschen schöner gefunden, aber irgendwie müssen die ja auf einen Deal kommen, aber die Frage ist eben, mussten sie denn so zwingend auf einen Deal kommen? Wie gesagt, bin gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es war bis zu 26 der Vertrag, den er hatte, jetzt bis zu 27, und du hast ja eigentlich damit fast nur verschlechtert in deiner Verhandlungsposition, weil da ist die Frage, musstest du den verlängern, damit ein Ito bleibt? So, hieß es ganz klar von Ito, ich bleibe nur, wenn ich verlängere und eine Ausstiegsklausel drin habe, sonst finde ich einen Club, der das Geld zahlt oder dann gehe ich zu Ajax, weil sonst sehe ich den Zwang nicht so ganz. Wenn er bis zu 26 der Vertrag, dann hat er noch drei Jahre Vertrag und keine Ausstiegsklausel. Jetzt hat er ein Jahr länger Vertrag, aber halt eine Ausstiegsklausel für 25 Millionen. Und die Ausgangslage, die Verhandlungsbasis, ist ja viel geiler zu sagen, ich habe hier einen Spieler, der noch drei Jahre Vertrag oder nächsten Sommer noch zwei Jahre Vertrag hat, ich kann aber komplett frei verhandeln, so, wenn der Club mir nicht genug Zeit, dann geht er halt nicht, ich habe alles in der Hand, als dann zu wissen, jo, nächsten Sommer hat er noch drei Jahre Vertrag, statt nur noch zwei, aber jeder Club auf der Welt, wie er will, kann uns quasi übergehen und sagen, hier 25 Millionen, natürlich je nachdem, wie die Saison verläuft, ist das ein Betrag, wo ein Club sagt, yo, easy, das ist er mir wert oder ist er vielleicht ein Wert, den manche nicht zahlen, wie beim Beispiel mal vor Pan, da hat er auch eine Ausstiegsklausel gehabt, die hat keiner gezahlt hat am Ende des Tages, weil auch da werden viele Clubs schauen, wenn er eine Ausstiegsklausel hat, dafür kriege ich ihn auf jeden Fall, also versuche ich meine Verhandlungen, vielleicht unter der Ausstiegsklausel zu bleiben, ist ja auch nochmal die nächste Wahrheit, aber da muss man echt sagen, eigentlich ist das echt nochmal ein bisschen Verhandlungspositionen verschlechtert, mich freut es, dass er an den VfB gebunden ist, aber wenn er so weiter zockt, ist es glaube ich eine Summe, die nächsten Sommer irgendein Verein doch schon ziehen könnte, der da Bedarf hat, in der Innenverteidigung, Linksverteidigung, und dann hat man eigentlich vielleicht noch ein bisschen, verliert man vielleicht ein bisschen Geld, dass man auch mehr hätte reinholen können, wenn es eben eine freie Verhandlung wäre, weil eben keine Ausschiebsklausel drin ist, andere Frage noch, die glaube ich bisher noch nicht irgendwo, oder zumindest in den Medien irgendwo, quasi besprochen wurde, ist eben die Frage, wie die zieht, an welche Bedingungen geknüpft, weil wir haben es jetzt auch alle mitbekommen, oder alle erlebt, Gerasi 15 Millionen bis 20 Millionen Klausel, aber an irgendeinem Deadline-Tag war die weg, an irgendeinem Tag war die einfach weg, die Klausel, gibt es das bei E2 auch, gibt auch Bedingungen, an die es geknüpft ist, manchmal, es gibt auch, keine Ahnung, vielleicht gilt diese Ausschiebsklausel ja auch erst im nächsten Sommer, und im Winter zum Beispiel zählt die noch nicht, gibt es ja auch oft genug, und so Geschichten wurden noch nicht ganz erklärt, weil das ist auch nochmal interessant, und kann natürlich auch nochmal, ja, Verhandlungsbasis und Ausgangslagen verändern, je nachdem, an was so eine Ausschiebsklausel gebunden ist, und Übergang zur nächsten Ausschiebsklausel ist nämlich Ruho, der Mann kam ja jetzt für Laie, für die Leihbasis bis nächsten Sommer, daher war das große Thema, haben wir auch schon angesprochen, 10 Millionen Marktwert, und nächsten Sommer dann 3 Millionen, 3 Millionen war immer ganz klar, das ist die Summe, dann hieß es mal als Kaufoption, dann hieß es von der Bild, glaube ich war es die Bild, oder auch Sky unter anderem, glaube ich auch, dass es eine Kaufpflicht gibt, bei Klassenerhalt, für die 3 Millionen, also so ähnlich wie bei Frau Panos damals, mit Arsenal zu uns, jetzt hier dann Toulouse zu uns, aber SCN hat jetzt auch hier berichtet, noch vor kurzem, dass diese Kaufpflicht nur an wenigen Pflichtspielen tatsächlich hängt, also in Übersetzung, ich glaube gar nicht drin, wie viele das genau sind, aber nochmal deutlich schneller zu erreichen, weil kein Klassenerhalt, kein sportliches Ding irgendwie daran hängt, sondern dass den Mann irgendwie 10 Mal auflaufen, und das Ding zieht, heißt auch da in Übersetzung, wenn die Saison normal läuft, ist Roh auf jeden Fall, selbst bei Klassenerhaltsklausel, würden wir mal sehr hoffen, dass das auch einen trifft, also Roh kommt auf jeden Fall im nächsten Sommer für 3 Millionen, das würde ich so auf jeden Fall schon mal sagen, und auch zum Schluss, Jong Asia Cup, vorhin schon angesprochen, der spielt Asia Cup, um eben, um seinen Militärdienst rumzukommen, der dann 20 Monate gehen würde, ganz wild, und da, wenn ich alles jetzt richtig verstanden habe, muss er entweder jetzt hier mit seiner südkoreanischen U23-Auswahl, hier den Asia Cup gewinnen, oder nächsten Sommer bei den Olympischen Spielen mindestens eine Medaille holen, also mindestens Dritter werden, dann kommt er um diesen Militärdienst drumherum, beziehungsweise muss er dann glaube ich nur irgendwie 4 Wochen Militärdienst machen, was natürlich auch für den VfB viel, viel besser wäre, als wenn der Mann einfach 20 Monate weg wäre quasi, und dann im selben Zug natürlich auch Thema Klausel, Thema Freiburg, da kommen wir mal 1,8 Millionen, ne, 1,2 Millionen, sorry, 1,2 Millionen obendrauf, also aktuell 2,8 an Freiburg, und wenn er es eben schafft, beim VfB immer zu spielen, weil er eben seinen Militärdienst verkürzt oder ihn quasi umgeht, dann fließt nochmal 1,2 Millionen an Freiburg, wenn ich jetzt alles so richtig verstanden habe, und der Mann zeigt, dass er keinen Bock hat auf Militärdienst, weil direkt im ersten Spiel, Gruppenphasenspiel, drei Tore geschossen, beim, ich glaube, 9 zu 0 Sieg, oder recht hoch auf jeden Fall, genau 9 zu 0, beim zweiten Spiel war er per Einwechslung der zweiten Halbzeit drin, auch deshalb haben sie 4-0 gewonnen, das heißt, Südkorea ist schon mal durch, schon sicher Gruppensieger, noch ein drittes Gruppenspiel steht aus am Sonntag, das heißt, es geht schon mal in die richtige Richtung, und auch das, weil es ja die U23 ist von Südkorea, weil es sonst wäre es ja auch wieder witzig gewesen, alte Bekannte, weil Jürgen Klinsmann ist ja Trainer von Südkorea, aber eben von der A-Nationalmannschaft, und so wie ich sie richtig lese, richtig mitbekommen habe, ist dann eben ein anderer Trainer am Start für diesen Asia Cup, für diese U23. Mainz 1 zu 3, VfB, kommen wir zu etwas Aktuellerem, kommen wir zum letzten Spieltag, da kommt direkt das Grinsen ins Gesicht, interessant gewesen da, wieder ein paar Tweets hier durchgegangen, Luca Raimund war dabei, von der U19, stand im Kader beim VfB in Mainz, da ist so ein bisschen Belohnung, zeigen als Trainer, zeigen als Mannschaft generell, oder als Verantwortliche generell, hier, wir sehen dich, machst eine gute Leistung in U19, darfst du mit mir auf die Bank kommen, natürlich auch durch Ausfälle und spielerische Leistungen und sowas, eben gegeben, dass er eben dann für jemanden eingetauscht wurde, im Kader auf der Bank, schon mal ein schönes Zeichen, auch sehr schön gewesen, mal wieder, es gab einen richtigen Stadion-Vlog von mir aus Mainz, auch da dann gefühlt ein Support auf das Ding, war natürlich auch einfach, absolut übergeiles Spiel dafür, super geiler Auswärts-Support, über 6000 VfB-Fans in Mainz, diese Wahnsinns-Hütten von Gerasin, natürlich in der zweiten Halbzeit perfekt, da ist das Mainzer Stadion auch ganz geil, für den Ausfälle ganz geil, für perfekt vor dir, wirklich gefühlt Augenkontakt mit dem Spieler gehabt, so gefühlt einen halben Meter entfernt von denen, das heißt auch von der Sicht und sowas natürlich perfekt, das war schon sehr, sehr geil, zu Gerasin kommen wir auch gleich nochmal in einem Extrapunkt, wie gesagt, 6000 Fans da mitgereist nach Mainz, auch brutal, und, ey, Mainz ist gerade eine Mannschaft, die oft mal Gegner runterringt, ekliges Mittelfeld und sowas vor allem, wir hatten sogar eine bessere Zweikampfquote als Mainz, haben jetzt aktuell, jetzt ein bisschen Statistik-Part, da natürlich auch wie immer gerne in den Podcast reinhören, vielleicht habt ihr schon davor reingehört, bevor ihr das Video hier seht, natürlich auch Statistiken und Daten zu Mainz-Stuttgart und Stuttgart-Darmstadt, wir haben den besten Angriff der Liga, 14 Hütten, das kann aktuell keiner überbieten, und auch sehr interessant, einer rausgeholt hier den Vergleich, 2018, 2019, als wir abgestiegen sind am Ende, hatten wir diese 14 Tore an Spieltag 18, wir sind es bei Spieltag 4, wir haben 14 Hütten, und damals, Abstiegssaison, natürlich auch Scheißphase, das kann man sich nicht groß vergleichen, aber an Spieltag 18, damals, 14 Spiele später, das ist unglaublich, das natürlich auch gleichzeitig, aber darauf müssen wir auch einfach gucken, auch weiterhin nach unten, oder weiter in Richtung Klassenerhalt, Torverhältnis, sau wichtig, und wer viele Tore schießt, klar, in Leipzig mal draufbekommen, aber sonst auch eine Top-Up, wer hat aktuell, plus 8 Torverhältnis, auch eins der besten in der Liga, und eben, besser auch als die ganzen Konkurrenten, oder vermeintlichen Konkurrenten, die aktuell im Tabellenkeller hängen, da stehen sie bei minus 9, minus 8, minus 5, minus 4, da haben wir Vorteile, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, und es sind zum ersten Mal, ja, Relegation, aber es zählt für mich nicht 100% in die Bundesligasaison mit rein, weil sonst wären es da 2 am Stück gewesen, aber das erste Mal, 2 Siege in der Bundesliga in Folge, seit Mai 2021, ich glaube, Augsburg-Gladbach waren es damals, danach haben wir immer wieder gebracht in den Statistiken, dass wir einfach nicht 2 Spieler am Stück gewinnen, jetzt haben wir es getan, Freiburg und Mainz, bester Saisonstart seit 2004, 2005, einfach unfassbar, also wir gehen hier wirklich weiterhin durch, und grinsen uns einfach nur einen weg, und freuen uns einen weg, auch hier nochmal ganz klar, neun Punkte aus vier Spielen, und das eben vorhin ja angesprochen, trotz Abgänge von Sosa, Mafropanis und Endo, da haben wir ein Riesenlob, natürlich auch an Wohlgemut, für den Transfersommer bisher, plus natürlich auch an Hoeneß, der eben aus diesem Kader auch das macht, was aktuell auf dem Platz ist, und natürlich auch, Thema Tordifferenz, gerade ein Thema Abschiedskampf, lassen halt, dürfen wir eben auch gucken müssen, wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung, auf dem Relegationsplatz aktuell, acht Punkte Vorsprung, klar, Spieltag vier, aber einfach ein unfassbar gutes Gefühl, weil darum geht es ja auch, wir wollen es, wir sind ja auch, das ist ja auch Schöne, wir sind auf dem Boden, auch wir als Fans auf dem Boden, mal hier der eine oder andere Witz, in Richtung, ja, wir spielen Europa, oder jetzt schlagen wir die nächsten auch wieder 5-0 zu Hause, die Witze halt, aber richtig ernst gemeint, ist das ja von keinem, wir wissen schon alle, wo wir herkommen, und dass wir auf dem Boden bleiben müssen, deswegen umso schöner jetzt mal, nicht wie letzte Saison wieder, kurz vor Schluss, fünf, sechs Spieltage vor Schluss, irgendwie mit fünf Punkten Abstand aufs Retten der Ufer noch aufholen zu müssen, sondern eben gerade einen Puffer schon mal aufzubauen, acht Punkte Vorsprung, klar, der verfließt auch irgendwann, irgendwann kommen dann auch mal Bayern, Dortmund, dies, das, aber eben gerade der Saisonstart, ein geiler Saisonstart, letzte Saison, am zehnten Spieltag den ersten Sieg erst geholt, es tut einfach gut, mal nicht, mal quasi jetzt schon das Gefühl zu haben, wir bauen schon mal ein bisschen Vorsprung auf, Richtung Abstiegskampf, Richtung Klassenerhalts-Thema, statt eben zu wissen, so wie es gerade läuft, müssen wir am Ende wieder das Feld von hinten aufrollen, es tut extrem, extrem gut, auch da nochmal ein, zwei Spieler, Undaf-Debüt gefeiert, ordentlich, schöne Vorlage, hätte eigentlich auch fast zwei haben müssen, weil Leveling darf es eben auch gerne schon früher zum 3 zu 1 machen, dann macht es eben Gerasi, Roh war drin, ich habe, keine Ahnung, gefühlt gab es nur diese eine Aktion, aber die reicht auch, der kommt rein, die erste Aktion von ihm ist eine absolut geile, kämpferische Grätsche an der eigenen Eckfahne und nochmal Statement setzen, so, bin frisch drin, erstes Debüt für den VfB, wer bist du, Mainz 05, wie steht es, 24-1, Nachspielzeit, cool, Buf rein, Grätsche, einfach Statement, einfach geil von Roh auch, Zagadou, habe ich vorhin schon so ein bisschen vielleicht versucht hervorzuheben, das mache ich nochmal ganz klar, diese Saison ist das ein Brocken da hinten drin, richtig, richtig gut, in Mainz fand es vor allem auch auffällig, dass da jetzt gar nicht unbedingt, keine Ahnung, Körper krass, oder hier irgendwie, Kopfballduelle oder da mal schieben, da reizt es geführt, dass er seinen Körper richtig rein stellt, Fuß rein und Ball ist weg, das ist brutal, was er gerade macht, 85% Zweikampfquote, scheinbar in Mainz, 5 von 5 am Boden, 6 von 8 in der Luft, meiste Ballkontakte, 87% Passquote, Zagadou startet richtig stark in die Saison rein und geht vielleicht echt in die Richtung von dem Zagadou, auf den wir uns ja alle erhofft haben, weil dass er das kann, hat er schon mal gezeigt, hat nur jetzt ein bisschen Dürrephase gehabt, Verletzungsphase, dies, das, Vereinslos, letzte Saison auch nicht so ganz reingekommen, diese Saison läuft das echt gut, Maxi Mittelstädt auch sehr, sehr ordentlich, immer noch Einwechslung, wirklich einfach auch mit geilem Spirit, diese kämpferischen 2-3 Grätschen vor dem 5-0 gegen Freiburg, wie gesagt, generell ja, Spieler sollten immer abliefern, aber vom Ding her gehst du normalerweise nach dem 4-0 oder so kurz vor Schluss nicht mehr so rein, als wie Mittelstädt vor diesem 5-0-Assistenz gerade 1-zu-1 und du brauchst auch den rettenden Treffer kurz vor Schluss, richtig geiler Eins, hat es auch nochmal in Mainz ein Tor vorgelegt, natürlich auch mit guter Beihilfe von Mainz 05, die haben es auch die Tore so ein bisschen selber aufgelegt, das Erste und das Zweite vor allem dann auch, gut, das Dritte auch so ein bisschen und natürlich ganz generell muss man auch sagen, Sebastian Hoeneß hier nochmal zum Abschluss, seine Daten bisher, wettbewerbsübergreifend, also Bundesliga, Relegation und Pokal, 17 Spiele, 10 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, 43 zu 21 Tore und damit wettbewerbsübergreifend in 17 Spielen ein Punkteschnitt von 2,0 und das ist krass, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber können wir vorstellen, es ist natürlich andere Trainer auch viel länger oder mehr Spiele auf dem Buckel natürlich auch, aber das müsste wahrscheinlich aktuell echt der beste Punkteschnitt in der Bundesliga sein, also ich weiß gerade keinen Trainer, der einen höheren Punkteschnitt als 2,0 hat, den Bundesliga aktuell trainiert, das ist brutal, brutal stark einfach und man kann wirklich wie gesagt einfach genießen, 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 gar nicht inhaltlich groß auf das Beispiel eingegangen bisher, weil klar war es nicht das beste Spiel von uns, aber natürlich auch um es so geiler zu sehen, dass du so Spiele halt dann trotzdem gewinnst, so gerade nach dem 1,1 wäre es so ein Spiel gewesen, der der Vergangenheits VfB am Ende noch irgendwie dumm 2,1 verloren hätte kurz vor Schluss, nee, du gewinnst es halt selber und eben vor allem, der jetzt gleich zur Rede kommt oder zu dem ich gleich zur Rede komme, also eben Unterschiedsspieler Gerasi, der eben mit 3 Chancen 3 Hütten macht und das Spiel quasi alleine gewinnt und so reiten wir in der Euphoriewelle, die reiten wir gerne so weiter wie es geht, während wir weiterhin komplett die Bodenhaftung nicht verlieren, auch mal dreckig gewinnen auswärts, auch das Thema auswärts, letzten Jahre, Ewigkeiten, letzte Saison, Ewigkeiten gebraucht für den ersten Auswärtssieg, jetzt haben wir schon den ersten Auswärtssieg nach dem zweiten Auswärtsspiel und das erste war halt Leipzig, so ist halt, da passiert halt sowas mal innerhalb Zeit 2, Halbzeit 1, 2 auch gut, also, alles einfach genießen, 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 Euphoriewelle weiterreiten, auf dem Boden bleiben und natürlich trotzdem einfach seinen Spaß daran haben, gerade dem VfB gut zu gucken und den einen oder anderen Witz in Richtung Europa League und Stuttgart International von Martin Harnik, den dürfen wir auch definitiv bringen. Girasiert, der nächste Punkt, Überschrift muss so kommen, nennt es von mir das auch Goal Rassi, mir egal, jetzt würde ich der Punkt, gerade nach Mainz, nur auf Girasi hier eingeschossen, sei ein Zitat, ich glaube, ich bin in der Form meines Lebens und möchte mich auch bei meinen Teamkollegen bedanken, hoffentlich machen wir genauso weiter und wenn ich der Mannschaft dabei helfen kann, freut mich das sehr, einfach auch auf dem Boden geblieben, einfach ein absoluter König, fertig aus, König Girasi aktuell, auch das habe ich schon tausend mal gehört, ich bringe es natürlich trotzdem auch nochmal 8 Hütten nach 4 Spielen, nur einer war bisher besser in der Saison 1967-68, Peter Mayer hieß der gute Mann, 9 Treffer gemacht in 4 Spielen vor Borussia Mönchengladbach, da ist der Bundesliga-Rekord, aber Girasi direkt dahinter, Girasi damit auch, 8 Hütten, das ist einfach natürlich auch daran gelegen, dass dann vielleicht letztes Jahr einfach auch die Werte für so eine Auszeichnung einfach nicht so hoch waren, aber Völkuk und Nkunku beide jeweils 16 Hütten gemacht letzte Saison und beide damit Torschützenkönig, Girasi hat nach 4 Spieltagen schon die Hälfte, wie gesagt, 16 ist auch recht wenig, also 20 brauchst du mal also schon für einen Torjäger, Torjäger halt noch nicht, aber das ist schon auch brutal, wenn man sich das mal so durchliest, weiter geht es auch hier damit, Girasi, hier der Tweet, hat allein mehr Tore geschossen als Wolfsburg 7, Augsburg 7, Bremen 6, Freiburg 5, Darmstadt 5, Frankfurt 4, Bochum 4, Köln 3, Mainz 3, der Mann hat alleine mit 8 Hütten mehr gemacht als die Hälfte der Bundesliga-Vereine, das ist so komplett abartig, was da gerade läuft bei dem und auch sehr wichtig, Europas bester Stürmer, Europas bester Stürmer, 8 Tore, 8 Tore, der ist ganz, ganz oben, Haaland auch 7 Tore, 1 Assist, aber eben 5 Spiele, Girasi nur 4, vor Mbappé, vor Xavi-Simmons, vor Bellingham, unfassbar, un-unfassbar und auch hier Hu-Scored, kennen wahrscheinlich manche die Zeit, auch so eine Statistik-Seite, auch hier von Opta, beziehungsweise mit Opta eben irgendwie im Zusammenhang, die jetzt auch zum Beispiel den Stat hatten mit den neuen Toren von dem guten Peter Mayer, so Statistik-Seiten eben und die geben auch Ratings von 1 bis 10 oder von 0 bis 10 geben die Ratings und da einfach Girasi der erste Spieler aus den Top 5 Ligen in dieser Saison, der ein perfektes 10 von 10 Rating von Hu-Scored bekommen hat, auch sehr, sehr geil und natürlich, was man auch sagen muss, egal was man gerade anfasst, alles wird zu Gold, das ist unglaublich, vor allem das dritte Tor, reden wir auch ganz kurz über die Tore, erste eiskalt per Chip, so und das auch, muss man auch sagen, das war ein geiles Tor, so es ist ein Tor, wo wir eigentlich fast als VfB-Fans sagen, Jo ist halt ein Girasi, aber auch da nochmal Vorsicht bringen, nochmal den Kopf rufen, das war auch schon eine krasse Hütte, den Saison reinzuchippen, das zweite, ein unfassbar geiler und dynamischer Move, der Mainzer-Verteidiger fliegt da auch fast hin, nach links gezogen, eigentlich fast den Winkel verschwert für ihn, ins kurze Eck abgeschlossen, Keeper damit auch so ein bisschen verarscht und über das dritte, ja, über das dritte, brauchen wir glaube ich nicht groß reden, das dritte war ja ein, also, komplett absurd, kompletter Vollwahnsinn, dieses dritte Tor und das zeigt, was für einen unsagbaren Lauf der Mann hat, ich glaube, die perfekte Beschreibung auch von mir aus, war auch das, wie ich es im Standen erlebt habe, auch im Vlog erlebt habe, du siehst, Jo, der Ball kommt lang, eigentlich passiert da nichts, du bist eigentlich nur in der Mindset, jetzt pfeift die Scheiße endlich ab, weil die Minutenzahl war eigentlich fast schon durch die sechs Minuten Nachspielzeit oder fünf, ich glaube sechs Minuten waren es, langer Ball und da hüpft er irgendwie rein, ich meine, es war auch nicht so, auch nicht so stark da defensiv mal wieder gewesen bei den Toren ja generell und dann, ja, Ziggi Rasid das Ding, lupft den hoch über den Verteidiger, sieht der Keeper rennt raus und überlupft den Torwart mit einem Kopfball und kurz bevor, also, du siehst das ja und musst es so ein bisschen verarbeiten, auch vor Ort im Stadion, aus dem Affekt raus, aus der Szene raus, geht nicht so schnell, aber kurz bevor der Ball ins Tor geht, schrei ich ja glaube ich einfach nur, oh mein Gott, rein, das war ja auch die erste Reaktion, oh mein Gott, hat der nicht gemacht, das hat der gerade nicht gemacht, dieses dritte Tor, auf die Art und Weise hat der gerade nicht gemacht, also unfassbare Hütte, einer mit rechts, der Zweite mit links, Dritter mit dem Kopfball, Hedgewick in der zweiten Halbzeit, Wahnsinn, was der Mann da gemacht hat in Mainz, aber ganz generell natürlich auch einer, der gerade seinen Expected Goals-Wert massiv überbietet und sowas, um das mal vielleicht ein bisschen runter zu kochen wieder, ja sowas holt es normalerweise auch wieder ein, beziehungsweise relativiert sich auch irgendwann und pendelt sich irgendwann auf die Richtung von dem Expected Goals-Wert über eine Saison hin natürlich ein, aber aktuell Gerasi 3,1 Expected Goals, der Mann macht acht daraus, der hat quasi 4,9 Tore mehr geschossen als zu erwarten war aus seinen Szenen oder aus seinen Chancen, ich wüsste auch nicht, was da der Expected Goals-Wert für so eine wilde Nummer wie das dritte Tor sein soll, und wer es gewusst hat, ist Lothar fucking Matthäus, eh geiler Typ, feierbarer Typ, wirklich guter Experte, immer wieder macht es Spaß, sich anzugucken in der Bundesliga bei Sky und so weiter, und der hat gesagt, ich würde Gerasi holen, hat er damals gesagt, da haben wir da irgendwie Kane zu teuer und die, nee, Kane zu alt und irgendwie Ossiman und so weiter zu teuer, ich würde Gerasi holen, das war im März oder sowas, auf jeden Fall irgendwann im Vorjahr, als bei Gerasi ja auch schon lief, das darf man auch nicht vergessen, letzte Saison ja auch schon elf Hütten in 22 Spielen gemacht, brutal stark, Verletzungen drin gehabt, die er natürlich richtig reingeschissen hätte, sonst wären wir vielleicht auch mal ein bisschen früher raus gewesen aus dem Abstiegskampf, aber das ist ein anderes Thema oder klarer raus gewesen Richtung Klassenerhalt, aber wie gesagt, anderes Thema, ja, hat er wohl recht behalten, also ich glaube, Gerasi würde auch den Bayern gerade nicht, nicht, ja, doch schon gut tun und natürlich, wenn man jetzt sagen würde, dass eben die Bayern keinen Kane geholt haben und natürlich auch sehr geil bei Gerasi einfach, der wirkt, also wirklich, der ist ein kompletter Boss auf dem Platz, hat er auch schon ein bisschen mit 27 eben auch im Vergleich zum Kader ein bisschen, ja, ein reiferes Alter einfach, hat auch schon einfach sehr viel Erfahrung, auch schon europäisch gespielt, viele Klubs durch, verschiedene Ligen, der Mann weiß, was er kann und trotzdem ist der wirklich, der wirkt so, so entspannt und so, so, Fokus bitte ein bisschen weg von mir und sowas und die Mannschaft ist doch so super und ich freue mich einfach hier zu sein, ich glaube auch, wie man ja auch merkt gerade, Zeit seines Lebens, Form seines Lebens, der fühlt sich hier unsagbar wohl, man hat es gesehen, gab ja auch für ihn, wie bei Nübel auch, Gerasi, Sprechchöre, in Mainz, zu Recht, 100% zu Recht, auch nach den Toren und nach dem Abpfiff und da muss die Mannschaft wirklich ihn aktiv nach vorne schucken quasi, also man gejubelt hat vor der Kurve, damit der mal alleine vor den Auswärtsfans und vor der Kurve und vor jubelnden Fans einfach steht, weil er sich da einfach so ein bisschen auch zurückgehalten hat und eigentlich gar nicht hin will, nicht so in den Fokus will, also einfach wirklich auch ein sehr, sehr cooler Typ, einfach so wie es wirkt und natürlich da dann die Frage oder die Frage, wie schlimm das dann reinwirkt, dass er eben Afrika Cup 13. Januar bis 11. Februar nicht dabei sein wird beim VfB, sondern eben beim Afrika Cup, andererseits natürlich, wenn das Transferfenster läuft vom 1.1. bis zum 31.1., Bundesliga startet wieder am 12.1., während im Afrika Cup sind fünf Bundesligaspiele, das sind bei uns Gladbach auswärts, Bochum auswärts, Stuttgart, äh, Stuttgart zu Hause, perfekt, gegen Leipzig zu Hause, gegen Freiburg auswärts und Mainz auswärts, das sind die fünf Spiele für uns, wo er fehlt, wie wir vorhin angesprochen, und darf und so weiter, dann vielleicht, oder was heißt vielleicht, dann ist das deren, deren Chance, ähm, aber das überlappt ja alles, ne, Bundesliga startet so mitten drin im Transferfenster wieder, Afrika Cup läuft auch mitten im Transferfenster, vielleicht verhindert das vor allem einen möglichen Wintertransfer, ich traue es auch im Gerasi 100% zu, der der auch im Sommer dann ganz offensichtlich oder wurde auch, auch, glaube ich, so offiziell, ähm, dass er Angebote abgelehnt hat, dass er hier bleiben wollte, hier auch so ein bisschen eben jetzt auch eine größere Rolle eingenommen hat, auch in der Mannschaft, in der, in der, in der Macht, sag ich mal, wie auch immer, in der Führungsposition mäßig, seitdem Endo weg ist und sowas, ähm, natürlich auch zurecht und auch sehr wichtig, ähm, deswegen glaube ich schon, oder habe ich tatsächlich gar nicht so die große Angst, dass er im Winter schon geht, wie, wie gesagt, hier überlappt auch irgendwie alles, Punktseekerstart, Afrika Cup, das ist, glaube ich, auch ein Transfer, macht das vielleicht ein bisschen schwieriger, würde ich zumindest ganz naiv mal denken oder mir erhoffen, ähm, und ich glaube nicht, dass Gerasi einer ist, der dann mitten im Winter sagt, ich gehe, weil du merkst ja schon, er fühlt sich wohl, er hat Bock bei uns, er hat Bock, mal mit uns aufzubauen und wenn es so weiterläuft, wenn wir im Winter echt gut dastehen, dann gibt es, glaube ich, für ihn auch keinen Grund, dann im Winter schon zu gehen, außer natürlich, es kommen die bodenlosesten Angebote, wo auch der VfB sagen muss, das ist Geld, heilige Scheiße, muss man machen, Gerasi bekommt irgendwo Fettgehalt oder wirklich bei einem, oder irgendein absoluter Megatop-Club klopft an, dann kann sowas natürlich alles noch ein bisschen verändern, aber ich glaube tatsächlich, ich bin mir gerade Stand jetzt recht sicher sogar, oder habe zumindest ein recht sicheres Gefühl, dass Gerasi die volle Saison bei uns ist und dann wird es natürlich das ganz große neue Thema dann im nächsten Sommer, natürlich auch das wieder, ja, abhängig davon, wie die Restsaison so läuft für Gerasi und auch schon mal sehr schön, ganz frisch raus, beziehungsweise Web-App ist raus und jetzt bald dann die, die es sich vorbestellt haben, ich glaube, offizieller Release ist am 29., ja, am 29. September, FIFA, oder heißt ja nicht mehr so EAFC oder so ein Quatsch jetzt, EAFC 24, hat Seru Gerasi schon den Inform bekommen für die drei Hütten in Mainz, auch sehr wichtig, VfB, für die Zocker hier unter uns, sicher auch, nicht mehr so oft, aber ich sage mal sporadischen FIFA-Zocker, Ultimate-Team-Zocker, sehr, sehr geil, weil wir haben ja auch recht selten Special Cards, ich glaube, das war sogar auch recht okay, aber immer über so, ja, spezielle Events, jetzt gar nicht leistungsbedingt, wie jetzt hier Team of the Week-Karten, deswegen ist es sehr geil, mit ihm gleich reinzustarten, schönes dynamisches Foto drauf und ich glaube, den kann man auch in dieses, ja, Evolutions-Ding reinpacken, den Gerasi in Form und den auch nochmal darüber aufwerten, weil, klar, jetzt nicht die ultrageile Karte, aber auch Pace ordentlich drauf bekommen, irgendwie 13 Pace obendrauf, 78 Tempo, 83 Schuss, 75 passen, 81 Trippeln, 82 Füße, ist es doch echt eine spielbare Karte, aber ja, Pace braucht es dann halt doch meistens in FIFA-Teilen, Ultimate-Team-Teilen noch ein bisschen mehr, vielleicht kann man da ein bisschen mit Evolutions, mit irgendwelchen, keine Ahnung, Playstyle-Karten, was auch immer, da ein bisschen noch mithelfen und dann bleibt nur noch zu sagen, ich habe es ja gesagt oder ich habe es ja eigentlich auf Witzbasis gegen Bochum das erste Mal reingebrüllt am ersten Spieltag mit 1 von 25, also ein erstes Saisontor von 25, die er macht, jetzt steht der Kollege schon bei 8 Saisontoren von 25, mal gucken, ja, ob er die wirklich erreicht. Dann kommen wir doch schon direkt zu EAFC 24 und eben dem VfB da, nehmen wir so einen Übergang mit, von dem Girassi in Form, natürlich der dann aktuell der bestbewerteste Spieler beim VfB Stuttgart im Kader. Wir gehen mal ein bisschen die Spieler durch, weil Rating ist natürlich auch alles schon offiziell. Nübel ist von einer 78 runter auf eine 76. Ito hat eine wirklich spielbare Karte, ist von 72 auf 75. Jetzt auch eine Goldkarte, wirklich auch ein bisschen Tempo, ist ordentlich. Anton 75 geblieben, Zagadou runter von 76 auf 74. Jetzt wieder eine Silberkarte, muss man generell sagen, dass es natürlich auch da ein bisschen täuscht, wie es eben aktuell läuft, weil aktuell hätten natürlich manche deutlich andere Werte oder höhere Werte, aber EA geht natürlich nach der letzten Saison, die Rating stehen wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger fest, so ganz klar. Plus, auch da muss man sagen, EA, ja, bumst die Bundesliga sowieso das ein oder andere Mal mit Ratings, auch nicht nur im VfB. Deswegen, ja, kann man sich über manche Ratings aufregen. Ich bin es fast leid, seit Jahren FIFA, deswegen bin ich einfach happy, wenn es zwei, drei spielbare Karten gibt vom VfB und eben natürlich auch Special-Karten gibt, die dann nochmal spielbarer sind als die Basiskarten. Natürlich auch hier einige, worüber man echt debattieren könnte. Gerasi von 76 auf 77 hoch, da wäre auch mehr gegangen, auch im Schuss wäre mehr gegangen auf der Basiskarte. Basiskarte, Karasor bei 73 geblieben, Führig von 74 auf 73 runter, Mio immerhin von Ratings ein bisschen hoch, 67 auf 71, Wagnoman 71 auf 73 hoch, Schiller bei 73 geblieben, Silas runter von 75 auf 74, Undaf runter von 77 auf 75, Stergio ein bisschen was hoch, 67 auf 70 hoch, Roux auch um zwei hoch auf die 74, Eckloff um vier Werte hoch auf die 65, Mittelstädt gleich geblieben bei 74, Leveling runter auf die 72, ein Rating runter, Stenzel gleich geblieben bei 69, ja, 10 mal dazu, weil es hat noch eine Leihgabe, aber Childigas ist von 72 auf 71 runter, Miloswitsch 62 und Massimo 68, die hatten letztes FIFA wohl keine Karte, Wu Yong Yong 72 geblieben, Haraguchi zwei runter auf die 72, Nathai auch bei 69 geblieben, Cissé bei 60 geblieben, Sanko ist um zwei hoch auf die 64, Fahir um eins hoch auf die 65, immerhin jetzt eine Silberkarte dann bei Elversberg, Makliza um fünf hoch sogar, auf die 70 nun, Bejas runter um 2, 64 auf die 62 und Perea noch bei 68 geblieben, wenn die Karten so ein bisschen durchschaut, natürlich muss er immer ein bisschen nach Pace gucken und sowas, Nübel ist, ja, okay, auch nicht so geil, aber wer Lust daran hat, sich ein VfB-Team zu bauen, noch ein bisschen auf Fun damit zu zocken, immerhin eine Goldkarte im Tor, Ito echt eine ordentliche Karte, auch der eine Option für sowas wie Foot Evolutions, Silas immer ein bisschen Tempo, Führig ein bisschen Tempo, ja, Wagnermann nur 79 Tempo, finde ich ein bisschen fies, vor allem wenn man guckt, dass den Haraguchi weiter ein 73 Tempo hat, das ist halt überhaupt kein, ja, überhaupt kein Verhältnis, Lieveling 83 Tempo, ja, Mio immer ein bisschen hoch, 73 Tempo geht so, Stergio echt krass, 84 Tempo für den Innenverteidiger, das Tempo angeht natürlich weiterhin auch ein Massimo, echt gut unterwegs, und, ja, Eklow, jetzt zumindest mal eine Silberkarte, Sanko mit 78 Tempo auch ganz okay für eine Bronzekarte, aber, jetzt nichts Weltbewegendes, immerhin mal den Siru Gerasi in Form, und ich glaube, da hat man echt vielleicht einen Bock drauf, den in den Evolutions auch noch weiter hoch zu pushen. So, sind wir fast durch, vorletzter Punkt, VfB gegen Darmstadt, ganz klar, darf nicht fehlen, morgen Abend schon, 20.30 Uhr, Heimspiel, All Eyes on Us, Freitagabendspiel, Einzespiel in der Bundesliga, aktuell tatsächlich das Duell, Platz 4, gegen Platz 17, da hat man schon nur einen Punkt, das eben in dem wilden Spiel gegen Gladbach, letzten Spieltag, 3-0 Führung zur Halbzeit, Magdizia auch getroffen, VfB-Leihgabe, dazu haben sie auch noch Luca Pfeiffer am Start, die nächste VfB-Leihgabe, und dann eben, ja, eine fragwürdige rote Karte, bin ich ehrlich, musste nicht geben, dafür rot, für das Handspiel, oder vermeintliche Handspiel von Magdizia, Elfmeterska verschossen von Gladbach dann, aber da machen sie trotzdem noch in Überzahl, 3 Hütten und 3-3 gegen Gladbach, also ganz, ganz wildes Ding, aber zeigt eben auch, klar, Gladbach hat auch nicht gut gestaltet, aber die kamen schon was drauf, so, die sind auch nicht grundlos aufgestiegen, mal ein bisschen gedauert, bis wir hochgekommen, ich glaube 16, 17 waren sie, das letzte Mal in der Bundesliga, und dann eben davor auch 15, 16, danach sind sie abgestiegen, und jetzt wieder hochgekommen, letzte Saison, Ewigkeiten als Erster, und dann am Ende noch, durch den Heidenheim-Wahnsinn, glaube ich, dann als Zweiter aufgestiegen, Heidenheim dann eben als Meister, wir, wie gesagt, krasser Saisonstart so, also die, das geht tatsächlich, glaube ich, wirklich als klarer Favoriten des Spiel, und Heimspiel sowieso, kommen wir später noch dazu, zu meiner Bewertung von dem Spiel, meiner Prognose, sag ich mal, interessant ist hier, das Ganze spielerisch, und so Geschichten, Tore, Torschüsse und so weiter, sind wir natürlich besser, bei Torschüsse ist natürlich auch Darmstadt, wie gesagt, auch das alles gerne in Burkantstadt nochmal nachhören, oder noch detaillierter nachhören, in Burkantstadt, mit einem Einspieler von mir, da sind sie gar nicht so schlecht, nur so ein paar Torschüsschen weniger als wir, aber halt dafür extrem viel weniger Tore geschossen als wir, auch schon einen anderen Pfosten- und Lattenschuss dabei, da auch Luca Pfeiffer mit vorne dabei, bei Darmstadt, ja, Passquote ist immer als Team besser, als Darmstadt, aber die haben auch so ein paar Einzelspieler, die das ganz gut können, der Kategorie, Kopfballduelle gehen wir immer weiter nach vorne, durch Zagadou vor allem auch, generell ist dann halt so ein Thema, die Intensität, der Kampf, so Werte, das sind wir beide nicht gut, war aber auch schon gegen Mainz, ich sag mal egal, da hab ich auch schon vor dem Spiel gesagt, ey, eigentlich ist Mainz da schon physisch und so weiter besser, mal gucken wie es wird, am Ende haben wir sogar mehr Zweikämpfe gewonnen als Mainz, hier auch wieder, sehen wir überall so ein bisschen besser, aber halt auch komplett unten mit drin, so Themen wie, ich glaub gewonnene Zweikämpfe, sind wir irgendwo auf Platz 14, Darmstadt auch ganz unten mit drin, irgendwie 16, 17 oder sowas, jetzt mal so aus dem Kopf, und eben die ganzen Kategorien da unten, Sprints, intensive Läufe, also da unten auf der Bundesliga-Statistikseite, auf der ich mich gerade befinde, Sprints, intensive Läufe, Laufdistanz, da hängen wir alle unten, da hängen wir immer so VfB 16, Darmstadt 18 oder 17 oder sowas, da hängen wir alle unten drin im Abstiegskampf, also da ist es kein Zuckerschlecken, was die Kategorien angeht, am Freitagabend, bisher zumindest von beiden Teams, gegen Darmstadt hast du auch nicht so viel, ja, Bilanz auszuwerten, weil sechs Heimspiele bisher gegen Darmstadt, drei Siege anunschieden, zwei verloren, zwei Pleiten, meinen letzten drei, 2020, 1 zu 3 verloren gegen Darmstadt, beim Aufstieg 2015 hast du 2 zu 0 gewonnen, gegen Darmstadt, müsste noch unter Zorniger gewesen sein, war ich glaube auch sogar im Stadion, und danach ist halt das drittletzte Spiel, oder drittaktuellste Heimspiel gegen Darmstadt, aus dem Jahr 1981, also schwierig da richtig gute Bilanz zu ziehen, Höhen ist aber auch wieder sowieso, auch vorhin ja angesprochen, auf dem Boden bleiben, ruhig bleiben, ja, Ball flach halten, jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt hier wie gegen Bochum, so als Vergleich, jetzt auch Darmstadt am Freitagabend 5-0 wegschießen, sagt über die Gäste, es wird eine Herausforderung, Darmstadt ist fleißig, zielstrebig nach Balleroberung, und kommt schnell in die Zweikämpfe, für uns gilt es den Fight anzunehmen, und unser Spiel zu machen, was natürlich für uns auch gilt, ist, dass bitte Luca Pfeiffer nichts macht, Magdicza kann nicht, der ist ja rot gesperrt, aber bitte lass jetzt wirklich nicht Luca Pfeiffer, sein erstes Bundesliga-Tor, in Stuttgart schießen, für Darmstadt, das wäre wieder so maximal typisch, beziehungsweise soll er es halt machen, solange wir am Ende des Tages, noch ein paar mehr machen, und das Spiel für uns entscheiden können, Personalsituation immer kürzer jetzt, mittlerweile auf der PK, weil, ja, Wagnoman, Ulrich und Kastanaras befinden sich im Teiltraining, und Wagnoman macht weiterhin gute Fortschritte, irgendwann wird das Comeback da auch bei ihm schon kommen, Aufstellung, brauchen wir auch nicht groß drum herum reden, ich glaube, da gibt es nicht wirklich eine Änderung, Nübel, Ito Zagadou, Anton Stenzel, Karasor, Stiller, Mio, Führig, Gerasi, einzige Frage, jetzt sage ich ein bisschen Silas, auch der mit der Schwächste gewesen, in Mainz, auch von Noten immer wieder, vielleicht kannst du ja dadurch auch mal ein Leveling schon früher bringen, oder, ja, also schon in der Startelf bringen, oder einfach generell, da kam er noch 85. Minute, klar lag Silas da schon länger runter, in der 68. runter für Mittelstädt, aber halt nicht 1 zu 1 positionsmäßig, weil ich bringe es einmal meinen Leveling früher im Spiel, oder vielleicht sogar direkt schon Startelf, wer weiß, das ist vielleicht so der einzige Posten, aber sonst auch ganz klarer Fall von Never Change a Winning Team, oder Never Change a Running Team, so, ganz klar, Hoeneß auch, ich bin zufrieden mit der Mannschaft, die Jungs sind in der Spur, ich mache mir keine Sorgen, wir können unsere Situation alle gut einordnen, da habe ich keine Bedenken, wir wissen, dass am Freitagabend eine schwierige Aufgabe auf uns wartet, ich mag Abendspiele zu Hause gerne, Flutlicht, ausverkauftes Haus, unglaubliche Stimmung der Fans, ich freue mich sehr darauf, und da hat er recht, ausverkaufte Hütte, auch das folgende Heimstück gegen Wolfsburg, auch schon ausverkauft, ich glaube, die Spiele danach sind noch gar nicht terminiert, also da müssen noch Unionen kommen, außer jetzt danach sind, müssen die Spiele noch terminiert werden, also natürlich auch noch nichts ausverkauft danach, und was wir auch wieder werden können, was wir eigentlich schon mit Anpfiff werden, wegen Punktgleichheit und Tordifferenz, ist das Thema Spitzenreiter, wir könnten wieder, solange wir wenigstens einen Punkt holen gegen Darmstadt, Spitzenreiter werden, weil wir ein besseres Torverhältnis haben und so weiter, und dann eben wegen Punktgleichheit auf der Eins wären, dann punktgleich mit Bayern und Leverkusen, aber natürlich hätten wir viel lieber den Sieg, kommen wir so ein bisschen zu prognosemäßig, hab's ja auch vorhin schon gesagt, einfach die Welle weiterreiten, mitgehen, weitermachen, weil jetzt kommt Darmstadt, die ganz unten hängen, danach auswärts Köln, die auch tabellarisch unten mit dabei hängen, da ist überall was drin, die Saisonstadt kann wirklich so weiterlaufen, die Welle kann so weiter geritten werden, da kommen jetzt nicht zum Beispiel Leverkusen, die ja immer kompletten Cut reinhauen, so rein von Ergebnissen her oder von der Anreihung von Gegnern her, natürlich kann es auch Köln tun, natürlich kann es auch Darmstadt tun, aber ich meine rein von der Performance bisher, von der tabellarischen Situation, bisher einfach Polster ansammeln, Punkte anfressen schon mal für den Winter, weil muss man es auch nicht irgendwie anlügen, irgendwann kommt im Normalfall dann mal eine Delle, so auch dieser guten Saison nach dem direkten Wiederaufstieg, wo man neunter wurde am Ende und fast noch irgendwie Richtung Conference die geschielt hätten, auch da gab es mal Dellen, ne, die kommen halt irgendwann und jetzt ist halt, ja, echt, echt spannend, ich glaube nicht, dass das gegen Darmstadt wirklich einfach wird, ich glaube fest daran, dass wir das gewinnen können, auch da muss man ganz einfach sagen, war uns glaube ich allen klar, letztes Jahr war es ähnlich, ich glaube da war es irgendwie Schalke an Spieltag 5 als Aufsteiger, wo du wusstest, ey, wenn du einen schwächeren Start erwischst, spätestens da musst du zu Hause gegen Schalke gewinnen dann und jetzt glaube ich zum ähnlichen Zeitpunkt, und ich glaube auch wieder beides waren, ich glaube 5 für den Spieltag, dann kommt zu Hause Darmstadt, also wie gesagt, vor Saisonstart, einfach nur als der Spielplan rauskam, war uns glaube ich auch da schon allen klar, wenn du in der Liga bleiben willst, dann musst du an diesem Spieltag zu Hause gegen Darmstadt gewinnen und da ändert sich auch jetzt nichts dran, natürlich ändert sich das in dem Sinne daran, dass wir eben auch einen guten Flow haben, eine gute Stimmung haben, eine gute Welle reiten aktuell, also die Wahrscheinlichkeit auch nochmal höher ist, als eben noch vor der Saison, als man noch nicht wusste, wie man rein startet, jetzt eben ein guter Saisonstart, deswegen das mal ganz generell, du musst eine Mannschaft wie Darmstadt, einen Aufsteiger wie Darmstadt, zu Hause schlagen und drin bleiben willst, gleichermaßen natürlich aber auch, die zu 0,0% unterbewerten, und ich glaube auch nicht daran, also ich nehme es mit, ich wäre wunderschön wieder, wieder Pippi in den Augen an einem Freitagabend, wenn das passiert, aber ich glaube nicht, dass das das nächste 5-0 wird, der nächste ganz klare, weil Darmstadt wird eklig, das wird eklig, das wird hinten reinstehen, das wird lange Bälle, das wird eklig, 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 wie uns Darmstadt da bespielt, oder bespielen wollen wird, deswegen kann es da auch mal ein bisschen enger werden, aber ich glaube weiter daran, dass wir dieses Spiel zu Hause gewinnen, und ich sage einfach, auch wieder so ein bisschen auf Konter mäßig, wie in Mainz mäßig, 2 zu 0 Heimsieg gegen Darmstadt, 98 wie auch 2015, auch damals war ich im Stadion, wenn mich nicht alles täuscht, und das ist das letzte noch zum Darmstadt-Spiel, nochmal ein bisschen Hype auch reinbringen in das Ding, wie gesagt, ausverkaufte Hütte-Stimmung wird sowieso geil sein, ist ja gerade generell, weil es sportlich geil läuft, auch da werde ich nie alt, oder werde ich es immer sagen, aufs Neue, wir haben immer eine grundsätzlich gute Stimmung, aber wenn es hier mal erfolgreich läuft, wenn das Team läuft, wenn wir Ergebnisse sammeln, wenn es auf dem Platz geil ist, dann merkst du mal, was da abgeht, was in der zweiten Halbzeit in Mainz abging, was gegen Freiburg abging, was gegen Bochum abging von der Stimmung her, was uns da treiben kann, auf was für einem Level an Stimmung wir uns da durchtreiben können durch die Saison, da ist wirklich gefühlt keine Grenze gesetzt, wenn es wirklich, wirklich einfach so weitergeht und man nicht nur zwei, drei Highlight-Spiele pro Saison hat, sondern immer ein paar Siege mehr holt, deswegen auch da, Vorfreude ist riesig auf dieses Freitagabendspiel, danach natürlich auch alle Augen auf uns, es ist Freitagabend, Einzelspiel Bundesliga, 130 Jahre VfB-Jubiläum ist nun vorbei, in Mainz logischerweise keine fette Choreo zu sowas, aber es ist das erste Heimspiel seit 130 Jahre VfB und zumindest 120, 125, glaube ich, zu den beiden gab es auch immer wieder Choreos und wenn du eine fette Choreo planst, eine fette 130 Jahre Choreo planst zum Beispiel, ich weiß nichts, ich erhoff's mir einfach nur, ich teaser nur ein bisschen, dann an einem Freitagabend, wo die gesamte Bundesliga oder alle Fußballfans, die sich für die Bundesliga interessieren, für das Spiel interessieren, auf dich gucken, du alleine bist am Freitagabend mit deinem Spiel, dann kannst du richtig einen rausholen, dann auch so ein Gegner wie Darmstadt, ich sag nicht unterbewerten, aber so ein Gegner wie Darmstadt, wo du reingehst und sagst, oh gewinnen darfst du hier schon mal, auch schon vor der Saison, reingehst und sagst, das ist ein wichtiges Spiel zu gewinnen, auch wenn es natürlich eklig werden könnte, aber ich bin natürlich sehr zuversichtlich, spätestens nach Mainz wo man auch so ekelige Spiele habe schon gute Hoffnungen, dass wir da was Fettes sehen könnten, wenn wir eine fette Pyro-Show, keine Ahnung, irgendwas Fettes sehen könnten, so 130 Jahre VfB-Choreo, irgendwas in die Richtung am Freitagabend, deswegen einfach gewinnen das Ding, Vorfreude ist unfassbar groß, ja, morgen Abend 20.30 Uhr. Und der letzte Punkt, natürlich zur Vollständigkeit, die Tipps, Tipps und Outro, legen wir los, haben natürlich Freitagabendspiel direkt schon, 2-0 Stuttgart, das habe ich ja gerade schon gemacht, tippen wir rein, das Ding, natürlich auch die Tipps so dann von mir in der Kick-Tipp-Runde, Bayern-Bochum, das ist auch ein krasses Ding, 4-0, Dortmund gegen Wolfsburg, boah, das ist eklig, Wolfsburg gar nicht mal so schlecht, aber so ein Spiel, was Dortmund normalerweise dann doch irgendwie wuppt, 2-1 Dortmund, Union Hoffenheim auch, Hoffenheim gar nicht so schlecht unterwegs, aber das gewinnt Union 1-0, Gladbach, Leipzig, das ist alles wieder aus dem Stehgreif, ohne Daten, ohne nix, einfach wirklich nach Bauchgefühl, Gladbach, Leipzig, sorry Gladbach, 0-2, Augsburg-Mainz, 0-0, so gebe ich gar keine Zahlen ein, Bremen-Köln, genau so ein ekelhaftes Ding, 1-1, auf so einen Samstagabend, Topspielansetzung, perfekt, Leverkusen-Heidenheim, so leid es mir tut für Heidenheim, 3-1 Leverkusen, Frankfurt, Freiburg, das riecht auch sehr, nach einem 1-1, und dann bin ich durch, mit dem langen Video, danke an jeden, dass ich es wirklich bis zum Ende hier angeschaut habe, natürlich wie immer, zu jeglichen Themen, gerne rein in die Kommentare, beziehungsweise nach der Zeit jetzt hier, und nach den vielen Themen, habt ihr vermutlich schon einen Kommentar geschrieben, kommen wir wahrscheinlich fast zu spät damit, und zum Schluss natürlich wie immer noch, gerne mir auch auf Instagram folgen, da kenne ich auch immer wieder mehr Updates mit, zu den Videos, natürlich auch generell zum VfB einfach mehr News, weil auch da sage ich immer wieder, natürlich deutlich schneller, das sieht man jetzt an den Themen, die ich heute alle mit drin hatte, deutlich schneller ein paar Insta-Stories gemacht, zu aktuellen, zum VfB, als natürlich ein aufwendigeres, größeres, ja, zusammengeskriptetes, recherchiertes YouTube-Video, oder Podcast-Video hier, deswegen, ganz klar gerne auch auf Instagram vorbeischauen, danke euch fürs Zuschauen, wie immer gerne auch kostenlos Abo und Like da lassen, ganz klare Geschichte, und bis zum nächsten Mal.